Gehst du denen und fragst sie. Ich bin kein Gelehrter. Ich bin kein Gelehrter. Schau mal. Wenn ich etwas raus sage, bekomme ich einen großen Sinne dafür. Dass die Juden und die Christen nicht zufrieden sein werden, wenn du nicht deren Glauben nicht annimmst. Also jetzt frage ich mich. Ja, das natürlich. Wieso sagt Allah, dass die nicht zufrieden sein werden, wenn du nicht deren Glauben annehmen wirst? Also kannst du ein Jude werden? Ich kann kein Jude werden. Ich bin Muslim. Okay. Der Islam ist die erste und erste Religion auf der ganzen Welt. Warum stellt diese Frage Allah? Ist meine Frage. Welche Frage? Er weiß doch, dass du kein Jude sein kannst. Aber welche Frage? Allah fragt das. Kannst du sagen, er setzt das in Frage? Komm, er setzt mir das in Frage. Komm, er setzt mir das in Frage. Kannst du dazu sagen, ich bin Teilzeit Muslim? Die Oslo und dein Chat, der Teilzeit Muslim. Dein Chat. Keine Ahnung. Du sagst, das erste Glaube war Islam. Ja, weil du keine Ahnung hast. Ey, guck mal. Er nennt mich Kafir. Subhanum, warte, ich bin kein Kafir. Habibi, Habibi. Weißt du, die wissen nicht, was Kafir bedeutet. Oh mein Gott. Ja, lass mal. So, das ist Surat Nisa 171, da habe ich recht gehabt. Oh Leute, der Buches gehen Sie in Ihrer Religion nicht zu extrem und sagen Sie über Gott nicht anders als die Wahrheit. Der Messias Jesus, Sohn Maria, ist nur der Gesendte Gottes und sein Wort. Also, Surat Nisa 171, ja. Genau, war das ja, ja. Also sagt ihr, oh Leute, der Schrift übertreibt nicht in eurer Religion und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus Al-Masihah. Also der Masihah der Isa, also Isa, der Gesandte. Der Sohn Mariams ist nur Allahs Gesandte und sein Wort, das Erd Mariam, ein Boot und Geist von ihm. Genau, bleiben wir hier stehen. Nein, nein, nein. Weißt du, Bruch, lass weiter. Ja, ja, wir bleiben, wir gehen zum Wort. Und sagt nicht, drei, hört auf damit, hört auf damit, das ist besser für euch, Allah ist nur ein einziger Gott. Preis sei ihn und erhabene ist er darüber. Dass er ein Kind haben sollte, ihm gehört alles, was in dem Himmel und was auf der Erde ist und Allah genügt als Schwalter. Genau. Hier geht darum, warte mal, hier darum, Isa ist der Gesendete, Allah sein Wort und sein Geist. Kannst du mir aufklären? Also sagt ihr, Isa ist der Mariams, ist nur Allahs Sancta und sein Wort. Genau, was ist das Wort Allah? Allahs Wort, Allahs, steht Allahs Wort, was er sagt. Hä? Was, was Allah sagt. Okay, aber hier steht das, zu jedem, zu jedem, zu jedem, zu jedem, Mohammed ist, Mohammed ist auch Wort, er sagt nur, was Allahs Zeig mir, zeig mir in dem ganzen Koran, dass Mohammed sein Wort ist. Also er sage, habe ich von Gelegen gehört? Nein, zeig mir aus Koran, ich kann dir auch Tafsir und Hadithen zeigen, aber, dass immer sagt, Jesus ist der einzige Allahs Wort und sein Geist. Jetzt, ich warte auf dich, zeig mir. Zeig mir, dass Mohammed sein Wort ist von Allah. Also ich, ich weiß nicht, wo ich das finde, aber ich sage, 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 du glaubst doch nicht an Hadith und Tafsiren. Ich glaube an Hadithen, aber ich glaube nicht an jedem Hadith. Also Hadith glaube ich zwar, aber nicht alles bei Hadithen stimmt war. Stimmt das? Okay. Aber Hadithen, aber Tafsiren, Tafsiren sind für dich nicht authentisch, ne? Ich weiß nicht. Du hast gelogen. Wieso habe ich gelogen? Du hast gesagt, Tafsiren und Hadithen sind falsch am Anfang. Tafsiren und Hadithen? Ich sage, das sind Menschen Worte, nicht, dass sie gelogen sind. Also du, also du beziehst, okay, wenn Menschen geschrieben haben, wenn Menschen das geschrieben haben, Menschen Gott, Worte. Du hast gesagt, die sind Menschen vorgeschrieben, das heißt, es sind Fehler drin. Das sind Menschen Worte. Es kann doch viel Fehler drin sein. Aha, aber im Koran nicht. Aber zeige mir aus dem Koran, dass, dass Issa, und dass Mohammed, wie Issa, Wort Allah ist und sein Geist. Gibt es nicht. Niemals, wo findest du das? Niemals. Und alle Hadithen und Tafsiren, egal welchen Hadith du nimmst und Tafsiren, alle sagen, der einzige das Wort Allah und sein Geist ist Issa ebn Maryam. Das heißt, Allah sein Wort ist nicht erschaffen. Allah sein Wort ist ewig. Wodurch hat Allah alles erschaffen, faqa'al yakun sa yakun, durch sein Wort. Und wer ist auch sein Wort? Issa ebn Maryam. Was hat Gott gesendet? Allah. Er hat sein Wort zu Maryam gesendet. Und was steht in der Bibel? Das Wort ist Gott gewesen. Weil sein Wort ist nicht erschaffen. Der Gott, sein Wort von Allah. In der Bibel und der Koran sind nichts, ist nichts gleich. Ist Allah sein Wort erschaffen oder schuffa? Was meinst du damit? Allahs Wort ist erschaffen? Erschaffen? Wie meinst du damit? Wie kann man ein Wort erschaffen? Nein, sein Wort ist sein Wort erschaffen von Allah. Erschaffen? Wie meinst du damit? Wie kann man ein Wort erschaffen, der? Nein, sein Wort, seine Worte sind erschaffen oder ist sein Wort ewig? Seine Worte sind gesagt. Nicht erschaffen, er hat es gesagt. Aber kann Allah sprechen? Also er sprach zum, ja er kann sprechen, ja warum nicht? Okay, ist seine, hat er gelernt oder ist das ewig gewesen, diese Worte bei Allah? Was meinst du damit? Hat Allah reden gelernt oder ist das sein Wort immer ewig gewesen? Also wenn Allah was beschliesst, ist es ewig. Und hat Allah sein Wort, wenn er spricht, hat er irgendwie gelernt oder ist das immer bei ihm gewesen? Er konnte immer sprechen. Er konnte immer sprechen, ja. Aha. Auch zu dem, ja er kann immer sprechen. Genau und deswegen, Allahs Wort ist der Messias. Was meinst du damit? Der Isa ist ja das Wort Allah. Nein, also er sandete sein Wort. Und hier steht geschrieben, übertreibt nicht, dass Allah, dass drei Götter, keine Christen sagt, wir haben drei Götter, wir sagen ein Gott, ein Gott. Aber ich glaube doch, ein Heiligen Geist, die ist das oder nicht? Aber wir glauben, die Christen sagen, wir glauben an einen Gott, aber dreidimensional ist. So und hier steht geschrieben, dass Isa Ruh Allah ist. So. Wenn er Ruh Allah ist, ist Ruh Allah erschaffen? Nein. Das heißt, Jesus ist laut der Koran Gott. Amen. Sein Wort und sein Geist von Allah. Er sagt ja, bei diesem Vers sagt ja nicht, dass ihr Jesus Gott seid. Also er ist Gott, er sagt ja, er ist nur ein Gesandter zu Allah. Haltet ferne von wieder vor den Dichtern, sagt Gott, nur ein Gott. Wir glauben an einen Gott und nicht drei Götter. Das ist falsch, was die Sorge ist. Das Vers sagt ja, das Vers sagt ja auch dazu noch, hör zu, Isa, der Sohn Manjab, ist nur Allah Gesandter. Aber steht er sein Wort? Gesandet? Was hat Allah zu Manjab gesendet? Allah, also er sagt ja, nur Allah Gesandter und sein Wort. Ja. Manjab an Angebot und Geist von ihm. Genau. Der Messias Sohn Maria ist nur der Gesandter Gottes und sein Wort. Aber du, Jesus ist dort, also wo gesagt, dass ihm ihn... Er ist ja Gesandter und sein Wort. Er sendet, guck mal, Gott sendet. Er ist Gesandter, Gesandter, das sind ja Ja, aber was hat Allah gesendet? Er hat sein Wort gesendet. Er hat sein Wort gesendet. Er hat sein Wort gesendet. Und deswegen ist Jesus durch eine Jungsfrau geboren. Warum? Weil das Wort Allah auf die Erde er wurde geboren und nicht erschaffen. Er hat den Ruch Gottes Genau das ist das. Jesus kam aus Ruch Allah und er ist Ruch Allah selber. Weil aus Geist geboren ist. Und nicht menschliches Fleisch. Aus Geist ist er geboren. Und deswegen sagt die Bibel klar und deutlich, das Wort Gottes ist Gott selbst und er wurde Mensch. Und er wohnte unter uns und alles ist durch ihn erschaffen und für ihn erschaffen, was sichtbar und unsichtbar ist. Und er war das Licht der Welt. Und das Licht war in der Welt. Und die Welt nahm ihn nicht auf und erkannte ihn nicht. Aber alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Anricht, Kinder Gottes zu werden. Alle, die an seinen Namen glauben, die aufgenommen haben. Genau. Deswegen, Habibi, du bist irregeleitet worden von Allah. Nein, muss ich nicht. Doch, 100%. Glaube ich nicht. Und wenn ich dir zeige, dass im Koran Fehler stehen, wirst du den Islam verlassen? Nein, weiß ich nicht. Warum? Es steht, es gibt keinen Fehler. Bist du dir 100% sicher, dass kein Fehler ist? Aber zeig mir, dass der Koran sich widerspricht. Fehler, 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 nicht und widerspricht. Fehler. Fehler, zum Beispiel der Fehler. Schlag mal zu. Wir haben letztes Mal gelesen und du hast gelesen, dass Miriam die Schwester von Aaron ist. Ja, das ist auch eine Lüge. Allein schon da, hast du dich selbst da geschossen. Du kannst ja ein bisschen arabisch lesen, du verstehst aber nicht, aber du kannst lesen. Also ich kann lesen, aber ich kann nicht verstehen. Genau, ich habe das, ich habe das vorhin das gemerkt. Schau mal, Sura Anur das ist Sura 24, äh 27, sorry. Und den Vers, ne Sura Anur 24, Vers 27. 24, Vers? 24, also 24, 27. Eier, 27. Also 24 ist die Eier, das ist ja Anur und dann die Vers 27. Ja. Les mal. also 24 heißt am Tag, da ihr Suna und also das, nein, nein, O ihr, die ihr glaubt, steht geschrieben. So hat er nur, Vers was? 27. 27. O ihr, die glaubt, betrachtet nicht andere Häuser, die nicht eure eigenen Häuser sind. bis ihr euch bemerkbar gemacht und ihre Bewohner gegrüßt habt. Das ist besser für euch und auf das ihr bedenken mögeet. Okay, wir machen jetzt arabisch. Jerry, kannst du mich groß machen, kurz? Ich weiß nicht warum. Meine Kamera geht nicht, warum? So, jetzt. Also das ist das Letzte zu sagen, okay, dann gehe ich weg. Ja, kein Problem. Ich habe keine Zeit mehr. Was? Ich sage nicht zu dir, du musst zum Speichern drücken, Bruder, wenn du die Kamera anmachen willst. Wollt ihr sehen? Nein, ne? Nee. Also nochmal mach, aber dreh erstmal die Kamera. Ja, habe ich, aber das irgendwie geht nicht. Warte. Ja, doch. Jetzt. Dreh die Kamera andererseits. Kein Problem, die können mich sehen, ist ja kein Problem, Schwester. So. Wie heißt du denn, Habibi? Steht, steht auf meinem Profil. Abdullah. Abdullah, okay, Habibi, Abdullah. Guck mal. Les mal auf Arabisch. Ich lese mal auf. lechte vor. Das ist egal. Das ist, ich kann die auch aus dem Koran lesen, aber hier, Lies mal. Lies mal. Was steht da? So, was sagen die Gelehrten? Was sagt da bin Abbas, der Cousin von Mohamed? Und das heißt? Es ist ein Fehler von der Schreiber. Das ist nicht arabisch, das ist ein Fehler im Koran. Jetzt gehen wir weiter, auf Deutsch kann ich dir auch da zeigen. Es ist ein Fehler des Schreibers. Das ist Tafsir, falls du auch nicht annimmst. Aber dieses Wort hier ist nicht arabisch. Kannst du zu deinem Sheik gehen? Sagst du, warum ist das Wort hier, das Taqna, so nicht arabisch? Und hier, ich zeige dir wiederum, was die Gelehrten weiterhin sagen. Warte, auf Deutsch kannst du das auch lesen. Aber dass diese Worte ist kein arabisches Wort. So, und die Gelehrten sagen, das ist ein Fehler von der Schreiber. So, welcher Schreiber ist das? So, wenn wir hier gehen, hier, Muslidarek Asayhi, Sahil Bukhari, Sahil Muslim sind auch einig, die sagen, es ist Sahih, es ist ein Fehler von der Schreiber. Hier gehen wir dann auf Deutsch. Nochmal, oh, ihr glaubt, betretet nicht die anderen Häuser, die nicht euren eigenen Häuser sind, bis ihr euch bemerkbar macht. Eben Abbas, der Cousin für Mohammed, sagt, der Schreiber hat einen Fehler gemacht. Und wo ist der Fehler? In, schon. In Maktutat. Das heißt, in Manuskripte, was im Koran original Manuskripte, dort ist drin. Okay. Das ist ein Fehler, das ist nicht arabisch, und die Gelehrten geben zu. Das ist ein Fehler im Koran. Und deswegen, da habe ich dir gesagt, verlasse den Islam, rette deine Seele. Und da sage ich, wirklich ernst zu dir. Ich selber war kein Christ, ich wollte mich umbringen, Jesus mir erschien, hat mein Leben gerettet. Was Muslim? Ist egal, ist egal. Jesus hat mein Leben gerettet, ist egal, was ich war. Und deswegen hat Jesus Christus mein Leben gerettet, und heute bin ich in Jesus Christus und studiere die Koran, die Hadithen, die Tafsiren und die Bibel. Okay, Bruder, Maschallah. Also, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Gottes Segen, Habib, Abdullah, Rabbi, Barth, der Herr segne dich. Assalamu alaikum. Ciao. Salam, Habibi. Ciao. Es ist so schade, so schade. Ja, verlorene Seele. Ja, das ist ein ganz vernünftiger Mensch gewesen. Aber der hat sehr ordentlich geredet. Ja, er ist sehr liebes Junge. Aber schade, ich finde es sehr schade. Ich habe mir gewünscht, dass die mehr sich recherchiert mit diesen Sachen, weißt du? Ja, klar. Schade, dass der das nicht anhört. Herr Rekker 3 und ich sage 40. Hol den mal auf. Nein, 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 nein. Das ist dieser ganz, ganz Manipulative, der keine Ahnung vom Islam hat. Und der Nene. Der Ali ist ja hier. Milena, wer ist das? Ja, gut, der Ali. Der Ali kann mit ihm. Ali, lass dich überhaupt nicht von dem führen. Wenn, dann nur der Ali mit ihm. Der philosophiert gerne. Ja, ja. Und lass nicht zu, der will auch immer das Gespräch dominieren. Ganz hinterhältiger Kerl ist er. Der hat keine Ahnung vom Islam. Ach so, kein Arabisch? Nee, der ist Albaner, der kann kein Arabisch. Warum sollen wir dann diskutieren? Ja, jetzt hör dir zu, wie hinterhältig der ist. Wie heißt der denn? Wie ist dein Name, Habibi, erstmal? Vielleicht bin ich so hinterhältig, wie die Jünger laut Jesu sein sollen. Lustig und schlau, wenn ich lang. Meinst du vielleicht das? Erstmal, dich hört man nicht gar nicht. Ich höre dich gar nicht. Wir hören dich nicht so gut. Hat Mohammed deine Stimme zugemacht, der Borach? Bitte wunderschön. So, hörst du mich jetzt besser? Ja, Habibi. Ja, Habibi. Wahrscheinlich bin ich für dich so lustig, wie die Schlangen laut Matthäus sehen sollen. Ja, kein Problem. Das ist kein Problem. Wir sind lustig wie eine Schlange. Wir sind klug, sagt Jesus Christus. So, was willst du jetzt sagen? Ja, aber laut der Übersetzung heißt, es sei lustig wie die Schlangen. Richtig? Ja, ja, Habibi. Okay, wir sind schlau wie die Schlangen. Jetzt zeig mir deinen Koran. Hat dein Koran einen Fehler? Hat dein Koran einen Fehler oder nicht? Hey, hey, nicht so viel Hass. Bleib entschlau. Nicht, kein Hass, Toti. Toti, ich kenn dich doch. Weißt du, wer ich bin? Toti. Toto. Toto. Toti. Habibi, ich bin in der Liebe. Guck mal, jetzt gehen wir darauf. Hast du den Koran bei dir? Keinen Hass. Hast du den Koran bei dir? Habibi, keinen Hass. Yallah. Keinen Hass. Schälig sein. Yallah. Hast du den Koran bei dir? Komm runter, sag Auzubillahimina Shaytanir. Auzubillahimina Shaytanir. Auzubillahimina Shaytanir. Auzubillahimina Shaytanir. Auzubillahimina Shaytanir. Wenn du so redest, du weißt ganz genau, mir ist nicht erlaubt, mit dir zu sitzen. So, wenn du wie ein Mensch reden kannst. Ich rede doch. Ich habe doch gesagt, Auzubillahimina Shaytanir. Ich sage Auzubillahimina Shaytanir. Ja, genau, genau. Genau, genau. Aber guck mal, du sagst das, weil du ein Handy in der Hand hast. Im echten Leben stirbst du, wenn du vor den Menschen stehst. Ich zum Beispiel, ich kann vor dir stehen, kann alles sein, was ich hier sage. Kannst du das auch? Du kennst mich doch. Warte mal. Ich weiß nicht, wie ich erfolge, oder was? Ich bin ein Freund von Elia, du kennst mich doch. Wenn du ein Freund von ihm bist, ist Elia ein Christ? Ist Elia ein Christ? Elia ist über deinen Kopf, er ist dein Vater sogar. Ah, was für ein, guck mal, du hast so einen hasserfüllter Menschen. Nee, keiner, keiner. Yallah. Hast du Koran bei dir? Hat er nicht den Heiligen Geist geleistet? Hast du den Koran bei dir? Wir reden nicht über Elia. Wir reden nicht über Elia. Hast du den Koran bei dir? Hast du den Koran bei dir? Du hast gerade Kuppel gemacht über deine eigene Akide. Das tut dir. Bruder Jerry, mach ich stumm jetzt mal. Guck mal, du kleiner Kaffir. Jerry, mach mal diesen Kaffir stumm jetzt mal. Ich glaube, der ist besoffen. Ich glaube, der ist besoffen. Schwester Mineda, jemand hat ihn blockiert. Ich kenne ihn von Facebook noch. Ich kenne ihn auch von Facebook. Ja, ich habe ihn mal mit ihm geredet live. Ich habe ihn mit Eiche, mit Brüste stillen. Ich habe ihn bombiert. Ich weiß nicht, wer ihn blockiert hat, aber jemand hat ihn blockiert. Ich habe ihn nicht blockiert, Jerry. Ich habe nichts gemacht. Nein, jemand. Ich weiß nicht, wer. Ich auch nicht. Ich weiß nicht. Er soll wiederkommen. Ja, ich muss jetzt ihn blockieren, aber irgendjemand hat das gemacht. Er soll wiederkommen und mit mir diese Koran-Stelle lesen. Bin ich Mut überhaupt bei dir, Jerry? Ich bin kein Mut. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich mache es gut. Ich bin Mut, aber ich habe ihn nicht blockiert. Er hat bestimmt sich selber blockiert. Nein, ich bin auch nicht. Nein, das geht ja nicht. Er kann sich doch nicht selbst blockieren. Oder Burak hat ihn blockiert. Doch, er kann dich blockieren. Ja. Bruder Ali, ist das Tote gewesen? Er heißt das, ist das? Das ist der Hoti, Hoti. Das ist auch ein Müschtiger, ein Muslim sein. Aber er weiß gar nicht aus dem Islam. Er philosophiert nur. Ich habe den gesehen, der war letztens auch bei den Frauen oben. Und dann stellt er so Fragen, philosophiert der. Ja, bring ihn einfach zu mir. Ich sehe immer, da geht er bei den Frauen hoch, bei unseren Geschwistern. Und dann philosophiert er dann herum. Der ist kein echter Muslim. Der ist richtig hin und her gerissen. Er ist wie Sophismus. Er ist einfach hin und her gerissen. Der weiß nicht selber, was er ist. Also, die ISIS wird ihn sofort töten. Ja. Krass. Der ist Munafak. Munafak. Lass mich ausreden. Ja, aber guck mal, ich finde das sehr, sehr schade. Die wissen eigene Schrifte nicht. Die kennen seine eigene Schrifte nicht. Aber... Aber Dalla, der ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich wollte mit ihm reden, aber er ist ein Misch. Er lügt sehr viel. Er kommt nicht auf die Quellen. Und deswegen wollte ich mit ihm die Quelle hier genau, was ich mit dir geredet habe, mit ihm reden. Aber er wird da 100% scheitern. Der ist nicht mehr da, keine Ahnung. Nein, nein. Kein Problem. Aber ich werde ihn finden. Er muss noch irgendwo sein. Guck mal, bei der Blockliste. Der wird ihn finden. Der ist nicht geblockt. Ich habe nicht gefunden. Er ist raus. Er ist raus. Er ist raus. Okay, dann... Er wird raus. Er selber raus. Er habe ihn nicht geblockt. Ich werde genau wie die Kaumosot, wo die Mohammed bestiegen ist. Die ganze Nacht. Es kommt jetzt ein paar neue Videos über diese Geschichte. Es ist der Hammer. Boah, das ist super. Wer ist das? Was Mohammed sagt über dieses, was mit Geschehen an dem Nacht, das ist eine gewaltige Szene. Also das wird kein Muslim mehr vergessen. Heftig wurde. Das ist ganz schlimm. Die Videos sind fertig bald. Der Bruder hat das. Anonym macht das. Ah, okay, super. Wenn Anonym das macht, okay. Ja, ja, ich habe mit ihm jetzt... Denk! Der war so, denkbrauch! Ja. Wow. Wisst ihr was? Ich glaube, dieser Typ ist jetzt wegen Ali gegangen. Der ist selber rausgegangen, weil er gegen Ali nicht ankommt. Der sucht sich immer welche aus, die ein bisschen schwächer sind oder in der Argumentation und nicht so stark auftreten. Ich glaube, der ist wegen Ali gegangen. Ich habe ihn nicht geblockt. Er ist selber gegangen. Mustafa, Mustafa, wenn du Türke bist, komm mal, Habibi. Das ist ein Türken-Sin-Chanem. Geil? Ja, er hat nicht viele Follower. Also 200 kann er auch hochkommen. Er hat 60, glaube ich. Er soll mal beten, dass Allah ihn ein paar Follower schickt. Holt Abu Qasim hier rein. Ich habe ihm gesagt, ich habe Abu Qasim geschrieben, er soll Debatte mit mir machen, live, komm. Und er schreibt immer, komm, gehst du mit mir live? Ich sage, komm, ich warte auf dich. Er kommt nicht. Ja, ja, hier hat er Angst, weil hier wird man ja dann ausgehen lassen. Aber bei ihm wird man ja gekickt. Ich habe bei Anonym seine Videos, ich habe mehrmals geschrieben, komm, unter Kommentaren, er kommt nicht. Er schreibt immer, hast du Angst? Ich sage, komm, ich sage. Mit diesem Abu Qasim kann kein Mensch reden. Weißt du, warum? Er ballert nur Fersen, Fersen, Fersen. Er hört gar nicht zu. Er wartet Bestätigung. Wenn du nicht, ja, habe ich dich wieder regt. Tschüss, sagt er. Lass es so ein Moment. Ja, aber Borak, der schöne Schaf da. Borak. Ich tust gut ihre Nächte mit Kuffar. Ja. Und wer ist Borak? Das ist der von Mohammed, sein Vogel, der von ihm gekommen ist. Ja, ich weiß, aber Tauhid hat gefragt, wer ist Borak? Wer ist Borak? Ja, ja, ich habe das auch. Von Mohammed, der Vogel ist da. Ich weiß nicht, wer Borak ist. Ja, der Tauhid wollte, der heißt so ein Lügner. Die sind alle Lügner, durch und durch. Tauhid. Weißt du, wenn die Lügen, Lügen. Lügner. Ja, die sagen immer, wow, wow, billah. Die Lügen über Allah. Ja. Lügner. Zeig mal, wo steht die Insel. Ja, okay, da steht. Und jetzt? Nein, die soll mal, diese Hoti war gut eigentlich, ich wollte ihn richtig hier, aber naja, der ist weg. Aber er werde auch auf die Frage nicht eingehen. Der ist genauso ein Labakow wie Abu Qasr. Ja, er kennt sie, er versucht immer nur das Gespräch zu dominieren, meint, er kommt da hochintellektuell rüber, antwortet auf keine Fragen und hat vorhin gesagt, wie langweilig muss eure Bibel sein oder euer Glaube, wenn ihr nur über den Islam redet, seid ihr neidisch. Dann habe ich geschrieben, neidisch auf was? Neidisch auf Ture 65.4 oder was? Ja, Abdullah, Habibi sagt, wie heißt der Jawad, schick ihn zu mir, sagt dieser Ali, ich komme nicht mit diesem Account, ich komme mit der wahre Glaube eigentlich, aber heute bin ich da, mit hier rauskommen, aber du kannst ihn zu mir schicken, er soll zu mir kommen. Wir sind bereit, mit jedem aufzunehmen, egal welcher Gelehrter ist. Und ich werde nur mit dem Kaum al-Zutd diskutieren. Und Abubara sagt, Jesus kommt, er würde den Kreuz und die Schweine tötet. Ich weiß nicht, warum der Schwein tötet. Ich weiß auch nicht. Der arme Schwein, was hat der Schwein mit den ganzen Muslimen gemacht? Genau, was ist damit zu tun, oh mein Gott. Und welcher Schwein ist das? Muss man den Schwein noch suchen. Also ich weiß, welche Schweine er meint. Aber die würden sagen, Allah-u-Alem. Allah-u-Alem. Darf man Fortnite spielen. Die Gelehrten sind sich unendlich. Guck mal, im Paradies darfst du alles, sogar Ferrari, Merari. Dein Humor heiraten darfst du auch in Paradies. Manche sind so begelobt, damals in Corona-Zeit. Die sagen, Allah hat die Corona in Koran prophezeit. Das ist der Wahnsinn, echt. Mit diesen Leuten kann man nur noch Spaß haben. Also Komodipur, Islam. Es ist sehr traurig eigentlich, Bro. Ehrlich gesagt. Die Leute wachsen mit einer großen Lüge, weißt du? Mit sehr einer großen Lüge. Die glauben auch daran. Natürlich glauben die, sonst hat die das nicht mitgemacht. Ja, so fest glauben daran, obwohl, obwohl, ja. Die sind so viele Sachen verborgen. Verborgen. Bruder, Ali. Ja, Bruder. Im Koran, da gibt es doch irgendwie so eine Suche, die muss ich sagen, sie dürfen kein Schweinefleisch essen, ne? Aber wenn jetzt ein Moslem im Wald ist und der ist dann am Verhungern und da läuft jetzt ein Wildschwein, dann sagt doch Allah, er macht Ausnahme, darf der ein Wildschwein essen oder soll er sterben oder lässt ihn Allah sterben. Ja, aber es ist nicht nur das. Es gibt Gelehrten und da sind auch Doktortitel, haben die, die sagen, warum wir Schweine nicht essen. Es geht nicht darum, dass das Schwein sein Fleisch haram ist, weil laut der Koran sagen die, Allah hat die Judenkristen zu Schweinen und Affen gemacht. Die Schweine sind ja Juden, deswegen sind die haram. Ja, genau. Ja, das ist ja das, die Ideologie. Das heißt, der Schwein ist ein Jude zu essen, ist haram, weil ein Jude haram ist. Das ist krass, ey. Ja, und das ist das, Allah hat die Juden zu Schweinen verwandelt und dann, das ist der Schwein ist ein Jude, deswegen essen wir ja nicht, weil haram ist dieses Schwein, weil ein Jude ist. Das ist ja das Problem bei den Muslimen und einer sagt so und so, aber in Wirklichkeit sagen die Gelehrten, es ist, weil er Jude ist, deswegen essen wir ja nicht. Krass. Ja. Es ist eine kranke Ideologie, pervers, auch Jibril, der Jigolo da, mit Miriam da, seine ganze Unzucht da, ist alle so Fantasie von Menschen, alle so hin und her gerissenen Menschen, also man weiß nicht woher und jenes, alles kann man widerlegen, Apokryphen, Philosophien, Gedichter, alles haben geklaut, von Bibeln, von Tora, von Zarathustra, Hindismus, alle diese, ey, die haben von überall geklaut. Und man kann das alles nachweisen, alles. Auch von den Samaritern haben die auch sehr viel geklaut. Ja, Thomas Evangelium. Weißt du, was das komisch für mich ist? Okay, wenn du klaust oder kopierst, dann kopier mal ein bisschen richtig. Ja. Und zu welchem Stand kommt Maria? Ja, die Schwester, die sind so, ja, man kann damit nicht, man kann da nicht mehr sagen, ehrlich gesagt, nicht so viel sagen, nur man kann die Quellen nennen und zeigen, genau wie dieser junge Mann. Er wusste nicht, was hier los ist, er war stumm die ganze Zeit, er war schockiert über diese, was wir gezeigt haben. Ja. Ja, klar. Die Wahrheit tut weh. Warum? Weil er sagt, stimmt, wo hat Jibril gepustet? Ja. Bei Mariam. Wo? So, er wurde Mensch, warum wurde Mensch? Warum soll Mariam ein Kind schenken? Wie soll er es schenken? Er sagt ja, Jibril hat es erschaffen, ich sag. Wie hat er ihn erschaffen? Dann ist er ein Schopfer. Guck mal, die lesen das, aber die wissen nicht, was das bedeutet. Das ist das Problem. Die hören auf ihre Gelehrten, die können gar nicht den Koran lesen. Die hören auf die Gelehrten, die können kein Arabisch. Guck mal, zum Beispiel, zum Beispiel, ja, es ist sehr, sehr leicht. Jiri hat einen Vers genannt, wegen dem Schwarzen und Weißen, ja. Wenn das jetzt Bruder Ali ist, du willst verstehen, warum es geht. Aber die lesen das, aber verstehen das nicht. Aber es steht zum Beispiel im Hadith, Allah hat Adam Kinder gegeben. Manche zu seinen Linken wurden schwarz, die anderen zu Rechten weiß. Die Weißen wurden für Paradies geschaffen und die Schwarzen für die Hülle. Genau. Ja, aber das sagt er hier auch, dass die Schwarzen selbst, wenn die gläubig sind, ungläubig sind. Ja. Ja. Aber er wollte ihn nicht wahrhaben, die Arme. Ja, genau. Und was ist das? Also, ich verstehe das. Wie kann man er das nicht verstehen? Das heißt, Allah hasst die Schwarzen Menschen? Natürlich. Die werden ja irgendwie nach Rosinen benannt, ne? Ja, genau. Rosinen. So, erstes, da sind Gesichter genannt, ja, schwarze und weiße Gesichter. In dem Tag, obwohl die, glaub ich, sind, wird sie wieder unten, glaub ich, sein. Punkt. Punkt. Ende. Ja, aber die Hadithin geben zu, was sind die Schwarzen für die, äh, lauter Allah. Der gibt klar und deutlich, auch dort klar, er sagt, die Schwarzen sind für die Hülle erschaffen. Ja. Ja, natürlich. Das sagt die Hadith, ja. Genauso wie ein weißer Sklave gegen zwei Schwarze. Das ist auch, sage ich, 1602, alles. Das, äh, so viele Beweise oder auch, sage ich, Muslim 2912 gegen die Türken, die letzte Stunde wird das kommen. Genau. Wenn du Muslim 2912 gegen die Türken kämpfen, ein Volk, dessen Gesichter wie gehämmerte Schilde sind, das Kleider aus Hahn trägt und mit Schuhen aus Hahn geht. Genauso. Genau. So ist es. Und Hummer sagt auch Kurden, Kurden sind aus Jinn gekommen. Ihr sollt mit denen nicht verheiratet werden. Ja. Kurden sind ja Jinn-Kinder. Ich meine, sowas kann doch nicht von einem Gott kommen oder einem Propheten. Das geht doch nicht. Komm mal, diesen Humberto hier, der sagt, Paulus lügt, hier ist es verwirrt. Der ist ein bisschen verwirrt, dieser Humberto, den kenne ich schon. Der ist, äh, der ist sehr verwirrt. Der kann nichts, der ahntet, der weiß nicht, er weiß nicht, wer Borak ist. Sagen wir Borak ist. Nee, der weiß gar nichts. Nee, lass, nee, nee. Der ist ein bisschen verwirrt. Leider nicht. Also, es ist schade. Es ist schade, dass man eigene Schriften nicht kennt, aber die kommen Bibel zu widerlegen. Der Herr segne dich, Herr Habibi. Guck mal, Milena, du weißt doch, guck mal, der Borak, als er vom Himmel gekommen ist, Mohammed musste ihn binden, damit er nicht wegfliegt. Nein, nein. Meine Frage ist, wenn er von Allah gekommen ist, der Borak, warum musste Mohammed ihn binden, damit er nicht wegfliegt? Widerspricht sich überall seine ganzen Texte? Ja. Vor allem, Mohammed war am Essen, er ging auf die Toilette, es gab keine Toilette, die mussten zwischen Steinen oder bei Steinen ihren Geschäft machen. Und er hat sein Handy nicht gewaschen. Und seine Freunde sagen, du hast dein Handy nicht gewaschen, du hast gerade am Scheizen. Sagt er, brauche ich nicht. Mein Gott. Ey, Bruder, erzähl mal diese Geschichte mit dem Borak, bitte. Weil ich bin nicht so richtig dafür gekommen. Und dann Mohammed, die am Ende, was hat er gemacht? Er hat sich in der Wasser, wo die dreckige Wasser, wo die Hunde, tote Hunde, Katzen, Urin, alles drin war, er hat sich da drin gewaschen. Dann habe ich gesagt, das ist doch so dreckig. Ich sagte, Wasser ist halal. Es ist egal, was drin ist. Halal, er hat sich da drin gewaschen. Krass. Wie hat er gestunken, der Typ, der musste richtig dreckig stinken. Eklig. Echt. Hey, stell dir vor, du gehst, wo tote Hunde, Katzen, Männer, Samen drin waren, Urin, alles, was drin war, er hat sich damit gewaschen. Also, stell dir vor, wie er gestunken hat. Ja, er hat gesagt, Wasser ist nie, Wasser ist immer rein, hat er gesagt. Schmutziges Wasser ist immer rein. Allah. Sorry, aber das sind Sachen, ohne Witz, ich meine, ich will niemanden beleidigen, aber das sind teilweise Sachen dabei. Aber Milena, kennst du die Geschichte im Hadith, das ist authentisch. Er und ein Freund, die waren beide nackt, Mohammed und er. Und die haben gesehen, dass die Quraysh kommen, also von seiner Sitte, von seiner Stamm, die sind beide abgehauen. Aber meine Frage ist, warum waren die beiden nackt? Mohammed nimmt seine Kleider und läuft vor ihm. Mohammed ist auf die Fresse gefallen und sein Freund steht geschrieben, er sah auf seinen Hintern und schaute auf seine Hintern. Ich weiß, was du meinst, Sahih Bukhari 278. Schau mal, ich meine, diese Hadith ist wirklich authentisch, ohne Witz, Leute. Das ist islamische Quelle, Sahih Bukhari 278. Da sagt der Prophet Mohammed, die Leute von Bani Israel pflegten nackt zu baden, indem sie sich gegenseitig ansahen. Der Prophet Mose pflegte allein ein Bad zu nehmen. Sie sagten bei Allah, nichts hindert Mose daran, mit uns ein Bad zu nehmen, außer dass er einen Hodenbruch hat. So ging Mose einmal hinaus, um ein Bad zu nehmen und legte seine Kleider über einen Stein. Und dann lief der Stein mit seinen Kleidern davon. Mose folgte dem Stein und sagte, meine Kleider, O Stein, meine Kleider, O Stein. Bis die Leute von Bani Israel und sagten, bei Allah, Mose hat keinen Fehler an seinem Körper. Aber dann hat Mose seine Kleider und begann, den Stein zu schlagen. Das ist Sari Hadith. Ich weiß nicht, welche Weisheit dahinter ist. Das ist Sariq al-Bukhari 278. Also der Stein rennt mit den Kleider von Moses davon. Und Moses nimmt seine Kleider und schlägt dann den Stein. Ja, ja, ich kenn das. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht. Wer wegtrennt, weil er nackt war oder jemand in seinen Hintern geschaut hat. Was soll ich davon jetzt sagen? Also das ist Wahnsinn, dass diese Hadith überhaupt noch... Es gibt kein Hadith, der nicht authentisch ist. Eigentlich sind alle Hadith, auch wenn die nicht authentisch besprechen, darf ich sagen, das ist nicht authentisch. Diese Hadith werden immer akzeptiert. Die können das nicht verwerfen und können nicht verbrennen. Und die können nicht sagen, das ist ein Teufel. Und wenn es sein muss, dann beziehen sie sogar auf diese Hadithen. Einfach nur... Ich kenne ja wirklich viele Hadithen, aber ich habe bis jetzt noch keinen sinnvollen... Das war der erste Khalifa, der erste Khalifa Abu Bakr. Ali, kannst du mir sagen, wie kann es sein, dass Allah seine Sohle vergisst? Weil Allah... Er war ein bisschen müde geworden, weißt du warum? Warum? Weil Allah nur einen Fuß hat und zwei frechte Hände. Er hat vergessen. Er musste erstmal mit seinem Fuß irgendwo hinkommen. Aber dann bringt er sogar neue Ferse und bessere Ferse. Weil er vergesst. Und mit wem hat Bunga Bunga gemacht? Keine Ahnung. Mohammed hat Bunga Bunga gemacht mit Jinn. Ali? Ja. Wieso sagen die, dass man Mohammed nicht sehen darf oder man stirbt? Was ist der Gott oder was ist das für Allah? Warum darf man den nicht sehen? Oder warum sagen die immer, dass das verboten ist? Das verstehe ich gar nicht. Laut der Islam ist Mohammed selber Allah. Ja wirklich, Bruder. Raus. Allah und seine Enkel beten Mohammed an. Und Allah ist der gepriesene Mohammed. Mohammed wird der gepriesene genannt. Heftig. Genau das ist es. Und deswegen sagen die, Allah und seine Enkel beten zu Mohammed. So. Wenn du die Debatte zwischen Mohammed und David Wood guckst. Er ist auch, natürlich beide auch mächtig, also in Debatten. Ja. Und dann hat der Ijab gesagt, nein, Allah betet für Mohammed. Aber zu wen betet er? Ja. Und er ist ja mächtig in Arabisch der Ijab. So. Meine Frage ist, warum betet Allah zu Mohammed? Weil die sagen, das ist Segen. Aber auf Arabisch heißt Segen. Baraka. Und nicht Salma. So. Die Frage ist, wer ist jetzt Gott? Mohammed oder Allah? Arabisch kann man nicht übersetzen. Warum geh ich denn auf Mohammed ein? Du kannst kein Muslim werden. Sei denn, du musst Mohammed sagen, la illallah, Mohammed, Rasulul Shaitan. Rasulul Shaitan. Also du musst Mohammed beziehen mit Allah, sonst kannst du kein Muslim werden. Allah und Mohammed sind eine, also in eine Stufe gestellt. Mhm. Du kannst nicht, also du kannst kein Muslim werden, wenn du nicht Mohammed als Rasulul nimmst. Mhm, okay. Abdullah, Habibi, ich studiere deine Gelehrten. Meinst du, ich rede nicht heute mit dir? Nein, es gibt ja Sachen, wo du gar keine Ahnung hast von dieser Sachen. Sachen, die richtig extrem sind. Ja. Nee, der Junge hat echt keine Ahnung, gar nichts. Er weiß, er ist schön, guck mal, er hat gelernt zu lesen, ja. Das ist was Schönes, okay. Aber das Bedeutung dafür, er weiß das nicht. Das ist sehr richtig. Die mussten Arabisch auswendig lernen, aber die kennen kein Arabisch. Mhm. Und die wissen nicht, was das bedeutet, was das bedeutet. Richtig. Ne. Und wenn du die Gelehrten sagst, die sagen, deutsche Übersetzung ist eine ungefähre, das heißt, ist nicht original Übersetzung. Also, es ist ein Fehler. Kann Fehler stehen. Aber in Arabisch stehen Fehler. Nicht nur in deutschen Übersetzungen. Nicht in deutschen Übersetzungen. Genau. Und er hat was gesagt. Ich wollte daran eingehen, aber er ist schon weg. Er hat gesagt, das erste Glaube war Islam. Also, die Muslime waren von ganz, ganz Anfang. Also, die erste, erste. Und ich frage mir, ja. Rodi, Rodi, ich habe mit Hamdi Debatte gemacht. Al-Qaum-Uzud, wo die Dämonen, al-Jinn Mohamed vergewaltigt haben. Die ganze Nacht. Du kannst auf meine Seite gehen und der wahre Glaube 4. Dann kannst du sehen, dass Hamdi Bunga Bunga gemacht worden ist. Was machen die ganze Nacht? Lass mich ausreden. Was machen die ganze Nacht? Das ist eine Aussage. Rodi, ich glaube, wenn ich eine neue Debatte mache, weil ich dieses Thema wegen Dämonen, ihr werdet alle dieses Thema nie wieder hören wollen. Ihr werdet schreien. Das kann ich mir glauben. Ewa, Ewa. Sag dein Hamdi, er soll zu mir kommen. Sag ihn, er soll kommen und der Ali wird dein Mohamed Bunga Bunga zeigen. Sag ihn. Und Abu Qasim auch. Beide. Die sollen beide kommen. Und Joker. Und Joker auch. Und Tawhid. Abu Bara. Alle. Ich brauche nur eine dieses Addis. Mehr nicht. Stimmt das, dass dieser NRW Ryan zum Herrn gefunden hat? Oder ist das irgendwie nur ein Gerücht gewesen? Nein, der ist doch Teufelskind. Nee, nee. Glaub mir alle, Rodi. Glaub mir alle. Bring mal alle zu mir. Und ich mach keinen Spaß. Alle. Alle. Ja, gut. Alle. Ja, gut. Und wenn es nicht geht, bring mal Borak auch mit. Hahaha. Aber du musst ihn richtig fest machen, dass er nicht wieder fliegt. Der Hamdi ist in Angstphase. Genau wie ein Mohamed, als er in der Schlacht weggelaufen ist. Der Bruder Ahmed hat auch ein Video gemacht. Er hat gesagt, komm, du kannst zehn Fragen christlich mich fragen. Ich will nur dir eine sagen. Bring mir noch drei, vier Leute, deinen Scheich, egal mit. Komm alle. Bis heute hat er sich nicht gemeldet. Er hat sich nicht, er hat sich versteckt sogar. Er hat sich versteckt. Hahaha. Wirklich, er hat sich versteckt. Krass. Die haben so eine Angst. Die sind so ein Angsthasen. Die sind so hinterhältig. Die sind keine echte Leute, die hier. Guck mal, wir haben die alle beim Lügen erwischt. Alle. Hamdi gibt ihm gute Nachtkuss mit Schahadas, schreibt er gerade. Hamdi kann nur rumbrüllen. Er brüllt nur rum. Er hat keine Ahnung. Als ich damals die Debatte mit ihm gemacht habe, der wusste nicht von diesem Hadith so richtig. Er war durch einander. Und er hat eine Stunde überlegt. Er war wirklich durcheinander. Er wusste nicht, dieser Hadith, was er machen soll. Er hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Mit Rian. Ja, und auch so mit der Bibel, weißt du so, der kann nicht mal richtig Deutsch. Versteht ihn gar nicht. Man versteht ihn nicht, brüllt nur rum und er denkt, er widerlegt alle. Also er brüllt rum, kann kein Deutsch und alle denken, boah, Hamdi, unser Löwe. Aber versteht kein Mensch, was er redet. Ich habe es heute nicht verstanden, was er sagt. Nein, ich verstehe ihn auch nicht. Wirklich nicht. Lass mich ausreden. Die sehen immer einen Bibelfers und die nehmen einen Bibelfers und sagen, ja, guck mal, guck mal hier, Bibelfersch. Du hast nur einen Vers gelegt. Du hast manchmal richtig verstanden, was das Vers bedeutet. Ja. Du wirst wissen, was die Bedeutung dieser Vers ist überhaupt. Ja. Du hast recht. Die wissen überhaupt nichts. Das Beste ist, wenn sie dann sagen, ja, euer Jesus kommt mit dem Schwert. Die verstehen die Bedeutung überhaupt nicht. Die meinen, Jesus steht wirklich mit dem Schwert da und killt jetzt die Leute. Also sorry, TikTok sportlich. Das glauben die. Aber ihren Koran kritisch hinterfragen. Da wird schlagen und alles andere wird verdreht. Aber bei der Bibel nehmen sie alles wortwörtlich. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Die sind krank. Ja, ich würde mir wünschen, dass die mal ihren Koran, wirklich, da schweig. Frauen dürfen nicht reden. Frauen dürfen nicht reden. Hast du gehört, Sister Gül? Wir dürfen nicht reden. Weil die im Koran, die Frau hat da nichts zu sagen im Islam. Dann wollen sie es bei uns. Die Bibel erlaubt ihr nicht. Oh Mann. Siehst du das, Ali, was die hier schreiben? Das ist das. Die verstehen es nicht. Die Bibel erlaubt mir nicht zu reden. Ja. Weißt du, was Bibel erlaubt? Die Bibel erlaubt, dass wir die Gottesworte weiter teilen. Sogar im Alter Testament waren Propheten, Deborah, Richterinnen. Also das ist nicht ein Buch, das Gott die Frauen nicht lässt. Doch klar und deutlich. Aber hier, es geht um die, in der Gemeinde, dass man nicht lehrt. Es geht nicht darum, dass eine Frau nicht reden soll. Und eine Frau kein Zeugnis geben soll. Eine Frau nicht beten kann und so alles. Das haben die nicht verstanden. Ja. Nee, das verstehen die auch nicht. Dann schreiben sie immer, welche Rechte die Frauen. Weißt du, in islamischen Ländern. Also, ich habe einen Freund von mir, der war ewig lang in Ägypten. Der kam zurück, der hat mir Sachen erzählt, wie da die Frauen behandelt werden. Der hat gesagt, Katastrophe. Und hier reden sie, oh, wie toll und welche Rechte und alles. Oh Mann, ey. Aber denen kannst du die Augen nicht aufmachen. Das ist eine katastrophale Religion, die wirklich für den Teufel ist. Und die wissen nicht. Die denken wirklich, das ist von Gott. Ja. Das ist von einem steigenden Sinn. Ganz ehrlich Leute, welcher Gott befiehlt, dass eine Frau geschlagen werden darf? Mit Misswachen-Bambus. Mit Misswachen-Bambus darf man die Frau schlagen. Aber das heißt doch nicht schlagen, das heißt doch ermahnen. Ja, ja. Und wenn dann ein kleines Zahnbürstchen nur nehmen. So ein Misswachen, ein kleines Zahnbürstchen und anstopsen. Ja, klar. Steht nirgendwo. Das Herz ist richtig lang. Das ist ein richtiger Bambusstöck, wo die Lehrer auch einschlagen. Damit haben die auch die Frauen geschlagen. Rudi. Rudi, ich habe dir gehört. Ich habe dir gesagt, sag alle drei, vier Leute, deine Leute, sollen alle gegen mich kommen. Habe ich dir gesagt, ich brauche nicht mehr hier reden, Habibi. Sag ich meine ernst. Sagt der Ali, will euch alle drei, vier, fünf, alle auf einmal. Soll kommen. Und die haben alle Angst, die trauen sich nicht. Sollen die kommen. Der redet eine Stunde. Hol die doch jetzt. Wo sind sie denn? Da sollen die kommen. Ich habe Abu Ghassam schon seit vorgestern herausgefordert. Er kommt nicht. Er kommt nicht. Danke. Ja. Ja, oder auch dieser Joker, der rennt. Weißt du, was die machen? Die machen Ferse springen. Du kannst mit denen nicht reden. Ja, Hesekiel. Ja, hier, da. Die springen von Vers zu Vers. Du kannst ja mit denen überhaupt nicht debattieren. Ja. Die machen nicht springen. Der Joker, der weiß ja gar nichts von seiner Person. Er weiß ja gar nichts von dem. Er hat sich damals mit Bruder Harut so dermaßen blamiert. Er hat irgendwas erzählt. Dabei hat er in dem Vers, was er gesagt hat, hat er die Bibel und die Tora, also die Injil und Tora bestätigt. Und er meinte, das ist der Koran. Der hat sich da... Gül, du hast doch dieses Video gepostet damals. Ich habe das gesehen. Der hat sich so blamiert. Der hat die Tora und das Injil bestätigt, anstatt den Koran. Und dann schaut er immer auf sein Handy, weil er da immer Instruktionen gekriegt hat, weil er selber nichts wusste. Und dann hält er noch seinen Fuß in die Kamera. Das war alles so verstörend. Furchtbar. Der ist krank, der Typ. Der ist krank. Der hat keine Quellen. Der weiß ja gar nicht von seinem eigenen Islam. Dann geht er über die Bibel und versteht gar nicht, was da geschrieben steht. Richtig. Und das hat dann einfach von diesem Bekloppten, der nicht mal reden kann, der haben die gelernt. Und wir denken alle, dass wir nicht die Bibel widerlegen können. Aber dabei schießen alle sich wirklich im Knie selbst. Ja, oder genauso wie Tito. Er fängt gleich mit Bibel an. Was ist mit eurer Bibel? Was ist mit eurer Bibel? Ich meine, wie schwach, dass die anhand der Bibel ihren Koran verteidigen müssen, anstatt mal auf den Koran zu gehen und deren Schriften mal zu lesen. Also wir vertrauen unserer Bibel, die aber nicht im Koran. Die gehen immer wieder... Was machen die mal mit einem Atheisten? Wenn einer Ex-Muslim ist und ein Atheist, wie diskutieren die mit dem? Da haben sie keine Bibel, auf die sie gehen können. Ja, die sind so verwirrt. Am Ende sagen die, die Gelehrten machen Fehler. Ja, deine Gelehrten, wenn alle Fehler machen, worauf sollen wir uns jetzt beziehen? Wo? Welche Schriften habt ihr noch dann? Wenn eure Gelehrten Fehler gemacht haben und Fehler da sind, wie sollen wir jetzt mit euch debattieren? Nein. Ihr glaubt nicht. Am Ende sagen wir, wir sind Koranid. Es gibt ja manche, die sagen, nein, nein, nicht Koran. Wir nehmen nur paar Verse aus dem Koran. Wo ist die Logik hier? Aber habt ihr gemerkt, dass es immer mehr Koraniden jetzt gibt? Ja, weil... Ich hab gemerkt. Ja. Ja, ähnlich. Immer mehr ja. Ich glaub nicht an Haditen. Nein, nur noch Koran, nur noch Koran. Das ist der Wahnsinn. Also wann die immer... Warum? Weil die Hadithen und Tafsiren zeigen, was wirklich der wahre Islam ist. Deswegen reden die jetzt alle nur zum Koran. Ja. Und wollen sie dahinter verstecken. Aber die kommen nicht weg. Ja. Immer mehr. Das ist mir aufgefallen. Auch im Koran, genau wie dieser hier, der Abdullah war, er sagt erst mal, nein, Tafsiren und Hadithen glaube ich nicht. Sie haben von Menschen geschrieben. Ich hab ihn aus dem Koran gezeigt und Koransachen gezeigt. Er war schockiert. Was ist, wenn wir jetzt Tafsiren noch dazu zeigen? Ja. Das ist ja das Problem. Die sind einfach nur Muslime. Nur Muslime. Und nicht mehr. Was bedeutet Islam? Weiß er nicht. Was ist der Islam? Weiß er nicht. Wo kommst du hin, wenn du stirbst? Weiß ich nicht. Bist du gerettet? Nein. Allah weiß es. Ja. Allah weiß es am besten. Ist Allah am sitzen? Nur wenn ihm gebührt. Weil er will. Sitzt er. Seine Hände sind nicht wie unsere Hände. Hat er Spinnenhände oder Hühnerfüße und Hände? Ja. Kann er sein. Wissen werde ich. Aber er hat vielleicht auch Hühnerfüße. Was ist euer Allah? Ist ein Clown? Was ist jetzt? Ich verstehe nicht. Wir brauchen eine aufgründliche Erklärung über Allah. Ja. Vor allem, Bruder, die sagen dann noch, die machen ja die ganzen Gebete, Pilgerfahrt, diese sieben Säulen. Und dann fragt man den ja, bist du dann gerettet? Wird dich Allah ins Paradies bringen? Ja. Vielleicht. Wie vielleicht? Was ist denn das? Wieviel machst du das denn alles dann? Wenn Allah sich dann nicht mal sicher ist, ob der dich im Paradies lässt? Allah sitzt auf seinem Thron. Allah sitzt. Dann muss er einen Hintern haben. Aber wie ist sein Hintern? Wir wissen nicht. Wie ihm gebührt. Und Allah kommt jede Nacht bis zum dritten, also bis zum dritten Ebene, zum dritten Stock. Und sagt, wer will gesegnet werden von mir? Allah. Warum kommst du bis zum dritten Stock? Das heißt, Allah hat Schwierigkeiten mit seinem Ohr. Er ist ein bisschen taub auch. Der Kern. Ja, aber... Wir wollen die Einfluss schaffen. Ja, aber schau mal Ali, das was du jetzt sagst, das verstehen 90% der Muslime nicht, weil sie sich nicht auskennen. Die wissen nicht, wovon du redest. Glaub mir. Ja. Glaub dir, Schwester. Aber... Ja. Meine Frage ist, warum kommt Allah bis zum dritten Stufe, bis zum dritten Himmel? Warum? Und er kann nicht hören und er sagt, jetzt kann ich euch hören. Euer Gebete könnt ihr vor mir bringen. Ja. Ali, er muss Fahrstuhl erst so nehmen, weil mit einem Fuß kann das noch zehn Jahre dauern. Ja. Ja. Ein Bein. Er schafft auch einer. Mohammed sagt, er hat ja weiße Zähne. Mit welchen Zahnpasta putzt er seine Zähne, Allah? Mit einem Iswak. Mit einem Bambus. Mit einem Quark. Das stimmt. Ja. So ein schwaches Argument. Dann komm doch hoch. Wie sagt er? Sieht er. Die arabische Schrift hat er da. Japan. Al-Kurdi. Wie heißt er? Kurdi? Ah. Das ist noch ein Kurdi. Japan. Al-Kurdi. Er soll doch hochkommen. Nein. Schau mal, Ali. Ganz ehrlich. Mir tun sie leid. Mir tun sie leid. Mir tun sie leid. Weil sie für mich, ich kenne die Bibel, sie sind irregeleitet. Sie sind verblendet. Mir tun sie, wenn ich so drüber nachdenke, tun sie mir leid. Mein Gott, mein Gott ist allmächtig. Mein Gott ist König über die Könige. Jesus Christus. Also das Anfang und das Ende. Der ist Licht der Welt. Amen. Amen. Das Anfang und das Ende. Der Herr über alle Herren. Was ist dein Gott? Kannst du mir sagen? Okay. Allah ist mit einem Fuß. Zwei rechte Hände. Er sitzt auf seinem Thron. Er kann nicht hören. Er ist ein bisschen taub. Er hat weiße Zähne, lockige Haare, goldene Schuhe, grüne Decke. Allah. Allah. Azim. Ich muss, Ali, ich muss immer so lachen, wenn du Allah hast. Sorry, aber dann muss ich jedes Mal so lachen. Ja. Wa enna raeizu rabbi vi surat es schab. Mohammed sagt, ich habe meinen Herren gesehen gestalt ein jungen Mannes. Tafsire bin Kassir. Atarmadi. Ja. Was ist in der Kirche? Man sieht, wie ihr euren Gott vorstellt. Also, gibt es bei uns in der Gemeinde irgendwie ein Bild? Warst du schon bei uns? Nein, wir haben keine Bilder. Also nicht, dass wir Bilder machen. Komm doch hoch einfach. Du meinst ja zum Beispiel Katholiken und so alles. Ja. Aber, Habibi, wir machen keine Bilder. Wir sind ja keine Katholiken. Wir sind Biblianiten. Wir haben mit der katholischen Kirche nichts zu tun, Habibi. Wir lesen die Bibel. Wir beziehen uns nur auf das Wort Gottes. Die Bibel. Amen. 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 Ja, der hat falsch verstanden, der Typ. Der denkt, dass wir Katholiken sind, Bilder machen und so alles. Nein. Aber sogar, Milena, du kennst doch den Hadith, wo Mohammed, während er Muslim war und mit Allah war, du hast ja letztens auch gelesen, dass Mohammed Götzen draußen und sein Haus hatte und noch angebetet hat. Nicht. Die arabische Version, die kannst du lesen. Ja. Er hatte, und das ist sogar, da war er schon mit Aisha zusammen und hatte seine Prophezeiungen und hatte Götzen drinnen und draußen. Das habe ich ja vorgelesen, diese Hadith. Ich kann es ja nochmal sagen. Das ist die arabische Version. Das ist Sunan Abidawud 4158. Genau. Also Habibi, Al-Kurdi, schreibt ihr das auf Sunan Abidawud? 4158. So. 4158. 4158. Mohammed hat das Stadium vorm Haus und im Haus und sogar an den Welpen. Und Jibril wollte nicht ins Haus, auch wegen den Welpen und den Statuen. Und ich sag mal so, Hunde haben ja eh ein Gespür fürs Böse. Deswegen wollte er auch Jibril nicht ins Haus. Genau. Und er hatte auch einen Hund von Hussein bei sich zu Hause, der Mohammed. Mhm. Und deswegen ist Jibril nicht reingegangen, weil er Götzen hatte und einen Hund. Ja. Ja, ja. Es ist Sahih. Auch Wissenschaft. Es ist authentisch, Habibi. Es ist eine Sahih Hadith. Er kann es nachschauen. Sunan Abidawud 4158. Genau. Sunan Abidawud 4158. Sunan Abidawud. Yallah Habibi. Du brauchst hier nicht rumhocken. Geh mal und mach mal deine Aufgaben. Ja, siehst du nicht mal, ich hab das aber ihr denkt. Also ich mein, sag mal, er will uns damit sagen, dass jeder Muslim im hintersten Hinterland Afghanistans, jetzt hat die Wissenschaften gelernt hat. Wie viele Hadithe gibt es? Ach Gott. Ich glaub, wie viel 60 über 60.000 oder wie viel waren das? Mehr. Mehr, ne? Mehr. Allein Sahih al-Bukhari sind jetzt 6000. Jetzt. So. Früher waren viel mehr und sind mehr. So. Das heißt, wenn man alle Hadithen soll, da sind ja fast tausende, über tausende, vielleicht eine Million Sacken, bis die Muslime ihre Religion verstehen. Ja. Sag ich Al-Bukhari, wie viele Hadithe sind das? Al-Kurdi. Wie viele sind das? 6000 Hadithe hat Al-Bukhari. Sag ich Muslim und Sag Ich Al-Bukhari sind die wichtigsten, sind ja Sag Ich Hadithen. Aber Ali heute auch, wo war das? Das war ja auch in einem Livestream. Genau, das war in einem YouGo Livestream heute. Aber der wurde dann gemeldet. Da ging es auch darum, da hat ein Muslim dann irgendwie wegen Aisha gesagt, ja, okay, sie war neun Jahre, hat das zugegeben. Aber dann hat er einen Hadith zitiert, dass Aisha sagte, dass man ab neun schon eine Frau ist. Und dann hat Jerry nachgesehen, das war ein Daifadit. Die zitieren Daifaditen, wenn es ihnen im Traum passt. Die dürfen Taqiyah tun und lügen, und die anderen, ja, das dürfen die. Ja, die dürfen das. Das ist eine Lügenreligion. Ja. Allah ist auch ein Listenschmied. Ja, 354, der beste Listenschmied, ja. Ja. Amen. Ja, und die Lüge kommt nur von Satan. Die Lüge ist vom Satan. Die dürfen lügen. Ja, die dürfen lügen. Genau, in drei Fälle. Du darfst deine Frau betrügen und lügen sogar. Ja. Ach, äh, ach, übel. Jetzt. Ihr hetzt über den Islam. Ja, wir hetzen, okay. Und jetzt? Wir kommen aber mit Quellen. Na, oh Gott, jetzt kommt wieder das Schmarrer, der Islam wächst. Ja, klar, wenn die Frau ein Saatfeld isst, laut Koran 2, 2, 2, 223, kein Wunder. Geht zu euren Frauen, das ist ein Saatfeld. Der Unkraut ist auch, der Unkraut wächst mehr als Weizen, also das ist Unkraut, mehr nicht. Oh, Ali. Ja, Schweine können sich auch mehr vermehren, im Jahr mehrmals. Aber Kuh nicht. Heißt das, der Schwein ist Islam? Ja, ich weiß nicht. Immer wieder, ja. Der Islam, weißt du, in arabischen Ländern verlassen die heimlich den Islam, verbrennen in Saudi-Arabien Koran. Und das sehen die alles nicht. Die Scheichs beschweren sich. Ja, ich habe das mehrmals gezeigt. Saudi-Arabien, die Gelehrten, die großen Gelehrten, alle hinter Gittern jetzt. Alle. Da gibt es keine, die nicht mehr hinter Gittern sind. Saudi-Arabien haben sich von Islam Pamkad gemacht, abgeschnitten. Oder schau, wie er schreibt, wie sauer ihr seid. Auf was sollen wir denn sauer sein? Die Bibel sagt klar und deutlich, es werden nur wenige Menschen gerettet, alle anderen werden in die Hölle gehen. Das heißt, wenn der Islam sich vermehrt, bestätigt unsere Bibel, Habibi. Richtig, das schreibt ja die Bibel sogar. Genau. Die Bibel-Prophet ist doch. Also, der Weg zum Verderben ist weit und breit, sagt die Bibel. Und da sind viele. Allah und Mohammed, alle werden in die Hölle kommen. Ja, da schreibt der Abu al-Qasim, wie er legt euch die ganze Zeit. Genau, und der Satan und den falschen Prophet, Allah und Mohammed, er wird in Feuer sie geworfen. Ja, da geht es nur, Islam wird siegen, siegen. Da fragen die sich überhaupt nicht, ist das die Wahrheit, ist das richtig. Da geht es nur um Sieg, einmal ein Sätzchen reden und schon, da geht es nur um Quantität. Weißt du, was ich meine? Schwester Melina, er kennt seine Hadithe nicht. Weißt du, was Mohammed gesagt hat im Hadith? Am Ende wird der Islam schrumpfen, genau wie am Anfang der war. Es wird die Zahl der Islime so abnehmen, dass sie nur handvolle Muslime bleiben, mehr nicht. Und das kennt er nicht, Deja El. Ja, genau, er hat ja gesagt, Mohammed, in der Hadith hat er gesagt, der Islam begann als was Merkwürdiges, als was Merkwürdiges und wird als was Merkwürdiges auch wieder enden. Genau so ist es. Ja, ja. Oder vor allem, wenn sie immer sagen, ihr seid neidisch und habt ihr nichts Besseres zu tun. Und ich meine, weißt du, ganz ehrlich, ich muss niemanden beleidigen, um meinen Herrn Jesus Christus zu beschützen. Mein Jesus Christus ist nicht schwach, dass er mich braucht, dass ich ihn beschütze, dass er mich braucht, dass ich für ihn kämpfe. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, wir haben Hadithen mehr als du gelesen. So, Geschwister, ich verabschiede mich für euch. Ich gehe jetzt auch schlafen. Ich gehe auch. Ich wünsche euch gute Nacht und Gottes Segen. Wir auch, Schwester, mir eine Gottes Segen. Ali, folgt mir mal bitte, Ali, ja, folgt mir bitte. Ja, Gottes Segen euch alle. Oh, da ist er ja. Hier, da ist er. Ich wollte schlafen. Ich bleibe mit dem Schatz, Gottes Segen. Hört man mich? Man hört sich, Habibi, Habibi, Habibi. Ich bin kein Streit oder so, kein Problem, wie ich es sagst. Aber es ging darum, du sagst, ich habe keine Ahnung vom Hadith. Okay, aber du hörst mich, ne? Ja, ich schwöre dich, Yallah, Habibi. Ich habe ja nichts gegen euch, Tamar, aber wenn ihr Hadithen schon benutzt, wenn dann schon richtig. Weil Hadithen haben, Alain Milena hat gelogen, dass es Haib, Bukhadi und Muslim gibt es. Stimmt nicht. Es gibt sechs wichtige Bücher, okay. Es gibt mehrere Bücher, ja. Aber die meisten von den Büchern werden sechs benutzt, okay. Aber egal, jetzt vergesst mich das mal. Aber es geht darum, wenn ihr Hadithen benutzt, stellt euch... Al-Sharah. Bra, komm mir zu, bra. Guck mal, ich habe kein Problem mit dir. Ja, die Scherah dazu willst du sagen, ne? Genau. Du musst die Scherah... Und meinst du, habe ich Scherah nicht gelesen, dass wir dir sagen? Guck, siehst du. Gibst du auch wenig zu und da gibt es kein Problem, weil Hadith-Wissenschaft ist gut. Ne, meinst du, dass wir Scherah nicht gelesen haben? Hast du die Scherah gelesen? Ich lese Scherah dazu, Habibi. Hast du mehr Scherah gelesen? Jede Hadith, die ich auch hier dir sage, ich lese auch Scherah dazu. Damit wir wissen, warum das geschrieben wurde, was wegen der Scherah geschrieben wurde. Guck mal, ich will das nicht von dir lernen, ich lerne das lieber von jemand anderen. Ja, aber ich lege dir für dich aus, du kannst auch selber deinen Scherah gucken. Ich habe meinen Scherah selber benutzt. Was hat Schwester Milena gesagt? Sayyhal Bukhari, Sayyhal Muslim. Al-Baadi, al-Shaykhayn. Beide Scherah sind Sahih. Warum, guck mal, warte, warte. Warum heißt er Sayyhal Bukhari, Sayyhal Muslim? Weil die beide sind authentisch. Okay, die sind authentisch. Okay, weißt du, was da drin steht? Authentisch, heißt es 100% authentisch? Warte mal, wenn der sagt, Sayyhal, Al-Bukhari Muslim, sind beide Sayyhal. Egal. Kennst du Abu Barra? Kennst du Abu Barra? Weißt du, was da drin ist? Kennst du Abu Barra? Was mit dir, Abu Barra? Geh mal gucken, was Abu Barra über diese beiden Sayyhal gesagt hat. Er sagt, alle Hadiths. Es gibt keine Sayyhal Bukhari Muslim. Sind alle, alles, was in Sayyhal Bukhari und Sayyhal Muslim ist, ist authentisch. Du weißt schon, was in Sayyhal Bukhari drin stehen würde, ne? Okay, okay. Ich frage dich, was. Wo ist Sayyhal Bukhari geboren? Wo ist Sayyhal Bukhari? Warum wechselst du das jetzt zum Thema? Du bist ein Muslim, komm. Sag mir, wo Bukhari geboren war. Ich hab da, ey, hör mir zu, ich hab kein Problem damit. Sayyhal Bukhari, ich weiß es nicht. Ich lerne momentan noch viel. Ah, jetzt, Milena. Milena. Er hat gesagt, du hast keine Ahnung. Ich habe nur eine Frage, ich kann mir das in die Antwort über seine Suche. Ich habe selber zugebe. Ich habe es gehört, ja. Wie soll ich mit ihm reden jetzt? Lern mir doch mal zu, ich bin noch im Moment am Lernen, wo es das Problem jetzt da war. Aber folge mir, ich werde die Tage dir etwas zeigen, weil ich bin jetzt müde. Ich werde die Sachen zeigen, du wirst, wenn du ein aufrichtiger Mensch bist, du wirst den Islam verlassen. Ich werde ihn nicht verlassen. Ich werde ihn aus der Koran zeigen. Du wirst mir nicht dazu bringen, dass ich verlassen will. Glaube mir, wenn du ein aufrichtiger Mensch bist, du wirst den Islam verlassen. Was für das Krasse zeigen? Jetzt zeig mal. Ich kann kein Kurdisch so genug. Du wirst ja kein Kurdisch, dann. Ey, was macht das für ein Unterschied? Ich kann Kurdisch können oder so. Eine Kurdisch, die nicht Kurdisch sprechen, ist kein Kurdisch mehr. Bist du sicher? Bist du bescheuert? Was bist du für ein Mensch, Digga? Eine Kurdisch wird nur durch seine Sprache unerkennbar. Kurdisch ist durch seine Sprache Kurdisch. Weil du keine Kurdisch kann, dann bist du keine Kurdisch mehr. Ich sehe mich als Kurdisch. Wo ist das Problem jetzt? Ich mache Spaß. Ich mache Spaß. Nein. Nein, nein, aber trotzdem. Habibi, ich werde die Tage folgen mir und ich folge dir auch. Wir können darüber reden. Ich zeige dir wirklich, was im Koran steht. Und dann können wir darüber reden. Okay, Habibi? Ich habe kein Problem, okay? Aber von mir aus, wir können das machen, aber ich habe kein Problem. Du kannst mir ein paar Sachen machen, aber nur Schritt für Schritt. Ja, kein Problem. Aber da wird nichts passieren. Ich werde mit mir nehmen. Kein Problem. Aber meine Aufgabe ist, dir zu zeigen, was wirklich der wahre Islam ist. Ich kenne die wahre Islam schon. Ich zeige dir. Dann reden wir weiter. Du brauchst nicht. Du brauchst nicht. Doch, doch. Diese Physiolophie, alles mögliche brauche ich nicht. Nein, nein, nein. Ich sage dir wirklich nur Gelehrten und der Koran. Ture Gelehrten. Von welchen Gelehrten? Tafsir ibn Kassir. Weiter. Atabari. Weiter. Ibn Abbas. Okay, weiter. Al-Jalalain. Das war's. Was, das war's? Weitere. Al-Kurtubi. Al-Buri. Al-Kurtubi. Atabari. Nimmst du noch von Ibn Isak noch? Wer? Ibn Isak. Nehme ich auch. Nehme ich nämlich nicht. Ja, aber ich sage, du hast gesagt, nimmst du. Ja, ich nehme das auch. Aber ich komme, Atabari. Ich komme dir al-Kurtubi, Atabari, Ibn Kassir. Reicht dir das? Ibn Isak, Ibn Kassir reicht schon. Okay, Ibn Kassir reicht schon. Kein Problem, Habi. Dann zeige ich dir die Tage. Dann werde ich dir 100% was, Atabari, Ibn Tafsir, was er sagt. Sehr schöne Sachen aus dem Islam. Ja, sehr schön. Auf Arabisch, aber... Kannst du mal Arabisch machen? Ab an. Ich kann mal Arabisch, mein Habib Al-Aziz. Ich lerne momentan auch momentan viel, aber ich kann auch schnell schriftvoll schüttern lernen. Kein Problem, Habibi. Ich habe eine Frage. Ja. Ich habe einen Christen, mit dem ich gut befreundet bin. Zum Beispiel, du hast dieses Christenzeichen bei dir auf deinem Profibild. Welche? Meiner? Ja, ja, deiner. Meist du mein Profibild? Das ist das Kreuz auf Kurdisch. Ja, egal, aber du weißt genau, was ich meine. Dieses Christenzeichen, Christumverzeichnen, ne? Meist du das Kreuz? Ja, genau das Kreuz, genau. Das Kreuz bedeutet, dass Jesus Christus für uns den Tod besiegt hat und die Strafe auf sich genommen hat. Komm mal, das Kreuz war Symbol der Tod, das Strafe, das Verbrecher. Und Jesus Christus nahm dies, das Tod auf sich. Und wir gedenken, dass Jesus Christus auf dem Kreuz unserer Sünde auf sich genommen hat und den Tod besiegt hat und die Sünde von uns wechseln hat. Das ist nur ein Symbol. Komm mal auf das andere, was der Christ zu mir, es gibt Gruppierungen von ihm, dass sie das alles ablehnen, dass dieses Christenzeichen, dass sie komplett sowas ablehnen und so. Weißt du, was ich meine? Das ist sein Problem, aber wir lehnen das nicht ab. Weil damals, damals jede Strafe, die römische, zum Beispiel die römische Strafe, war damals die Kreuzigung. Und das wusste damals, kam die römische Reich. Und der Prophet Jesaja hat das aber prophezeit, bevor die römische Reich kommt. Und wie sagt sie zu diesen Leuten, die das ablehnen? Das sind ja, ja, dann müssen die kommen und mich widerlegen, warum die das ablehnen. Er hat irgendwas gesagt, so vom Gebot her, also vom, ich weiß nicht, welchem Gebot er das auch gesagt hat. Bruder, Bruder Jerry, der Bruder Koptik soll reinkommen, bitte. Wie gesagt, ah, jetzt weiß ich, warum er gesagt hat. Er sagte, er sagte zu mir, dass die Christen, dass Jesus Christ, also laut dem hat er gesagt, dass Jesus halt nicht gesagt hat, tragt Kette so für mich, so weiß ich mal, so was von er. Nein, da steht auch nicht ein Bild, dass man jetzt eine Kette trägt und so alles. Nein, wir Christen beziehen uns nur auf das Symbol, dass Jesus Christus für uns den Tod und den Fluch auf sich genommen hat. Und so sind wir erlöst worden, durch das Blut Jesus Christus. Wir sagen nicht das Kreuz. Das Kreuz ist das zu gedenken, dass Jesus für uns den Tod besiegt hat. Ja, aber viele gibt es ja, die halt so richtig stolze aufzutragen. Das ist nun mal, aber das ist nicht heil, dass kein Christen bezieht sich auf den Kreuz sagt, das Kreuz ist meine Rettung oder der Kreuz, beschützt mich, nein, da steht nicht in der Bibel. Wir beziehen uns auch nicht auf den Schutz der Kreuzung, soll es. Nur die Kreuzung wurde ich auf, dass wir Christen sind. Leute, Gott, das Segen erst mal. Hallo, Bruder. Ich halte euch nicht mehr auf, wenn ich den da mal später irgendwann eins sage. Oder ganz kurz, alle haben, alle haben ganz kurz. Bruder, weißt du, was da steht auf Arabisch? Aber ganz kurz, Al-Am, was steht in deinem Username sogar? Es steht Jaban einfach. Und warum heißt du Jaban Al-Kurdi? Was Jaban, Bruder? Jaban heißt Angsthase. Und Airo will ich nicht erklären hier in diesem Stream. Bruder, ändere mal deinen Username und deinen Namen. Aber was bedeutet Al-Am, Airo? Verstehst du, was da steht? Bruder, Al-Am heißt Onkel Airo. Ja, ja, aber eher, eher. Ja, ja. Ja, Onkel Iro. Aber was bedeutet Airo auf Arabisch? Eiro, ich will nicht weiterhin darauf reingehen. Hä? Was heißt denn genau? Ich kann es schon denken, aber... Das heißt, Mann sein Unterteil. Ja, ja, ich wollte schon gerade sagen, fast. Aber Bruder, nicht nur das, auch Al-Jaban heißt Angsthase. Jaban heißt Angsthase. Jaban heißt Angsthase. Warum nennst du die Jaban? Jaban Al-Kurdi. Ja, aber das heißt Al-Kurdi, der Angsthase. Nein, Jaban Al-Kurdi. Ja, Jaban. Ja, Jaban, weiß was Jaban ist. Ja, auf Arabisch heißt Angsthase. Okay, weiß, wer Jaban ist? Jaban Al-Kurdi. Ich will nicht lachen, ich vermiss, kann ich lachen, aber weiß... Aber bist du Sunni oder Shia? Nein, du bist ja Sunni, weil du Tafsir und Tafsir abnimmst. Ja, ja. Weißt du, wer Jaban Al-Kurdi ist? Nein. Soll ich das erzählen kurz? Ich bin ganz kurz hier, dauern schlank. Jaban Al-Kurdi, der Radihano, ist ein Gefährter von einem Profil gewesen. Der war halt Muslim, also ein nicht-arabisches Volk. Also, das heißt, wie Kurden, also nach dem Araban kamen wie Kurden, waren die Ersten, die den Islam angenommen haben. Das ist auch für Hadithel, dass es halt bestätigt werden, dass nach dem Araban die Kurden kamen, die den Islam dann angenommen haben, angenommen haben. Jaban Al-Kurdi. Aber wieso haben die angenommen? Haben die Kuchen gekriegt oder was haben die gekriegt? Wie bitte? Nein, da wollte ich einfach konfizieren. Wo ist das Problem? Oder wahrscheinlich gab es... Hat der Kuchen gekriegt? Es gab wahrscheinlich drei Möglichkeiten. Ja. Und Umar ibn Khattab, was hat er mit Kurden gemacht? Welche, welche? Der meint die Jesiden. Umar ibn Khattab. Mit den Jesiden. Nein, Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab, mit den Jesiden. Ja, die Kurden waren ja Jesiden. Ja, was hat er mit denen gemacht? Stimmt nicht. Die Kurden stammen nicht von Jesiden, aber wir stammen von dem Mitzubotamin ab. Nein, schau mal. Warte, Bruder. Umar ibn Khattab, was hat er mit Kurden allgemein gemacht? Das weiß ich nicht genau. Mit den Hadithen will ich so oft gehen wieder oder was? Ja. Boa, auch genau, speziell. Die Kurden sollen man mit denen ich heirate, nicht verheiratet werden, weil die was sind? Jins. Genau, auch Jins sind. Ist das nicht von den schiitischen Hadithen? Es gibt auch sunnitische Hadiths. Die wäre? Jetzt habe ich nicht, jetzt hier, muss ich aber dann rausholen. Jetzt habe ich in dieser Indie, aber ich kann die jetzt nicht rausholen. Aber da stehen wirklich auch Sünder. Ja, welche von denen? Welches Buch? Das ist ein Buch, warte mal, was war das? Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Nein, 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 das ist nicht. Habe ich jetzt nicht in dieser Buch. Ja, das interessiert mich gerade, welches Buch vielleicht. Ich werde dir geben, folge mir. Ich werde dir da wirklich geben. Hey, schreibt mir wieder, schreibt mir diese Hadiths, das interessiert mich jetzt gerade. Und immer genau gucken und fragen. Genau, und wiederum, der Omar al-Khattab hat sehr viele Kurden verfolgt und getötet. Und die Kurden wurden mit Schwert. Was ist los hier? Schlafen eigentlich? Über Jesiden, denke ich. Ist ja keine Lust zu schlafen? Nicht Jesiden. Ja, ich denke, man wird... Aber warte mal, warte mal, warum hat er Jesiden getötet? Was ist das für eine Ausrede, weil sie Jesiden sind? Du warst doch auch, laut der Islam warst du auch gut sind, Anbieter. Ab Jesid oder Sardashti. Aber erklär mal, du kommst mit Ausrede, Jesiden. Was ist das für eine Ausrede? Shalom, Gottes Segen erst mal, ne? Shalom, Bruder. El-Kurde, ich weiß nicht, wie du heißt, in Sam-Chiya, Navita-Chiya, ne? Ja, kann kein Kurde. Also, guck mal, ich will nicht viel reden, ich will nur eins sagen, ne? Du als Kurde, wenn du sagst, du bist Kurde, ne? Bist du Kurde? Mhm. Okay. Schämst du dich nicht, den Islam anzunehmen? Warum soll ich mich jetzt schämen, denn jetzt? Wie wurde das kurdische Volk islamisiert? Wie? Wir wurden... Ey, ich bin der Meinung, wir stammen nicht von Jesiden. Nein, nicht Meinung, habe ich ja sieben. Nicht Jesiden. Nicht Kurden, Kurden. Du hast doch gesagt, Kurden kommen aus Mesopotamien. Eh, tamam. Okay, die Großmesopotamien. Was waren sie also? Sie waren Götzenarbeiter, richtig? Iraner, Perse, alles Mögliche zu tun. Ja, ja, genau, aber sie waren ein Götzenarbeiter. Ich habe vorhin auch was erzählt, dass wir Kurden nach dem Araber, wir Kurden den Islam angenommen haben. Aber wie habt ihr den Islam abgenommen? Wie genau, danke, danke, bitte. Wie seid ihr muslimisch geworden? Ja, die Araber haben Kuchen gebracht. Jerry, bitte, bitte, Bruder. Was haben die gemacht mit euch? Oh, shit, 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 shit. Ein bekannter Sahabi von uns im Provinen gewesen, Ibn Abbas, hat das überliefert. Omar Ibn Katha... Guck mal, kennst du die Geschichte der Kurden von hier? Bitte? Kennst du die Geschichte der Kurden? Ja, aber wir stammen nicht von Jesiden. Das bin ich ja nachher. Es ist unterschiedlich, ja. Das hat man ja sieben. Das hat man gar nicht gesagt. Guck mal, ich sag dir was. Was waren die Kurden vor... Die früher hießen nicht Kurden. Früher hießen Kurden nicht Kurden. Wer hat die Kurden genannt? Von den Geschichten von Kurden habe ich nicht genau speziell genannt. So, was haben die Muslime gesagt? Akrad. Was bedeutet das? Akradu-Hund. Erklär. Das heißt, die wurden vertrieben. Die Vertriebenen. Von wem? Von der Islam. Kurden sind sowieso Dschins. Die Kurden sind... Von den jensischen Gewillern. Nein, die Kurden... Nein, nein. Die Kurden sind Medo-Persischer Reich. Wir sind ja Meda. Wir hießen nicht Kurden. Wir waren die Meda. So, was haben die Meda ihre Religion gehabt? Götzendiener. Götzendiener. So, Umar und Khattab. Was sollen die mit Götzendienern machen? Er sagt, bring mir einfach den Hadith, dann gucke ich den noch an. Bruder, Koptik. Reden mal ein bisschen, Bruder. Nein. Bruder, Bruder, Koptik. Bruder, Bruder, Koptik. Bruder, Bruder. Aber ich weiß, dass der Islam nicht so gut ist. Bruder, Mädchen. Ja, Bruder. Was hast du vorhin gesagt zu mir? Schau mal, du kannst für ihn aufklären, zum Beispiel, der Islam, womit ist Islam gekommen? Wie sollen die Menschen in Islam konvertieren? Bruder, wie bei uns, wie bei uns, wie bei jedem. Es gab drei Möglichkeiten. Du bist ja Koptik, du weißt es. Erzähl mal. Entweder, bei meinen Vorfahren war es ja genauso, entweder du nimmst den Islam an, oder du zahlst Jizya, oder du wirst abgeschlachtet. Ganz kurz, für wen zählt die Jizya nur? Nur für die Ungläubigen. Das heißt, für die Jugend und die Kinder, mussten die auch Jizya bezahlen? Ach so, nur für Erl-Ul-Kidab? Ja, genau. Bruder, was ist da mit Atheisten? Die sind ja auch Muschikun. Ja, genau. Warte kurz, was ist mit Frauen und Kindern? Müssen sie Jizya bezahlen? Der kommt mit Frauen und Kindern. Bruder, Bruder, weißt du, ich sag dir was, ich sag dir was. Warte kurz, ich wechs vom Thema, vom Thema. Nein, warte mal kurz. Verleugnest du, dass Jizya gezahlt wird? In der Scharia? Jizya, warum? Hä? Al-Amm. Verleugnest du, dass in der Scharia von den Ungläubigen Jizya verlangt wird? Von euch? Jizya geht hier nicht speziell darauf. Ich lerne das noch alles momentan. Bruder, aber ganz kurz, ganz kurz. Ich habe eine Frage an dich. Warum, schreibst du in deiner Bio, Christen behaupten, sie haben den Koran studiert? Aber du hast selber keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Al-Amm. Was? Subhanallah, sag nicht, wenn du dann Allah nicht kennst. Prisende Allah. Okay. Ja, denn Allah, du wirst noch schauen, was du um dein Allah. So, das ist auch nicht. Al-Amm. Stell dir vor, ich bin aus Islam ausgetreten. Nein, ich bin Kurde. Das ist halt dein Ding. Ich sag nicht. Was ist meine Strafe? Ist halt deine Meinung. Du, Christen wirst du in der Hölle zu schütteln sein. Was? Du hast ständgeschrieben, laute Gelehrten. Wenn man beddala, dinau, faktalu. Wer seine Religion wechselt, tötet ihn. Das ist wirklich sportlich. Von welchen Gelehrten? Was? Da sagt der Hadith. Das ist sahih, Habibi. Und der Koran selber sagt das sogar. Sorte Taube. Ey, komm, ich hab mir davon erklärt, ich hab keine Hadith-Wissenschaft. Ihr habt auch keine Hadith-Wissenschaft. Ich studiere deinen Koran. Ich studiere deine Hadiths. Tafsiren. Wenn du ein wahrhaftiger Christ bist, dann red bitte mit Abu Qasim. Wer? Abu Qasim. Achso. Weißt du, was Qas auf kurdisch heißt? Das heißt eine Gans, eine Sowjuhn. Nein, ich habe gesagt, ich habe mir gesagt, dass Abu Qasim erzählt. Welche Abu Qasim? Dieser Rosinenkopf. Wie kommt es auf diese Rosinenkopf? Das sagt Mohammed. Mohammed ist nicht die schwarze Rosinenkopf. Manet ihn so. Mohammed. Das ist sahih. Nein, nicht Abu Qasim. Der von TikTok, meine ich. Ja, ja, das ist Abu Qasim, diese schwarze. Der mit die orange, nicht orange, diese linie an den Linken. Der ist ein Afrikaner. Weißt du, dieser, der sagt, wallah, ich habe dich verwiderlegt. Wallah. Nein, nicht Afrikaner. Nein, nein, nicht. Wer? Auch natürlich, der kennt den nicht mal so. Er ist Nordafrikaner. Nein, nicht der. Der Sumater. Du hast ihn nie gesehen. Du hast ihn nie gesehen. Wir wissen, wie er aussieht. Du hast ihn nie gesehen. Du hörst nur seine Stimme. Er hat eine Al-Shadu-La-Ilahe-Dal-Dah-Flagge. Schwarz, gell? Ja, als Profilbild. Aber der ist ja Isis. Aber der ist ja Isis. Glaubst du, dass er Isis bestimmt ist? Nein, das ist nicht er. Du verrätst wohl den anderen. Der ist nicht Isis, Bruder. Doch, doch, Abu Qasim ist Isis. Bruder, was rätest du wirklich? Ja, wirklich. Er sagt zu Jerry, ich werde dich aufhängen und kreuzigen. Oha. Ja, aber der steht im Koran. Was hast du noch gesagt? Er hat geschrieben, kreuzig die und hängt die auf. Und er sagt zu Jerry, ich werde dich aufhängen und dich kreuzigen. Hauptsache, sein Prophet sagt Rosinenkopf. Genau, weil lauter ist, lauter Koran darfst du die Unglaublichen kreuzigen. Hm, was sagst du dazu, Al-Am? Worüber? Was? Ich habe kurz gesucht. Worüber, nochmal? Im Koran steht geschrieben, kreuzig die Menschen. Kreuzig die Menschen. Genau. Was sagst du dazu? Du hast studiert. Wir dürfen nicht studieren nach deiner Bio. Also warum dürft ihr dann herum in der Religion herumspottern? Nein, wir spottern. Guck mal, Kurdi, guck mal. Ist das Spott, wenn du jemanden, der auf den Fußball spielt, schlecht spielt, dass du sagst, du kannst kein Fußball spielen oder mach mal vernünftig, ist das für dich Spott oder ist das für dich eine Kritik? Ja, dann Kritik. Okay. Das heißt, die Brüder zitieren dir gerade etwas aus dem Koran und aus den Radieschen vor und du sagst, ihr bespottet das. Ist das nicht eine Kritik, die die Brüder dir gerade geben? Wenn ich etwas sage, dann lass doch jemanden aussprechen, ja? Ja, dann mach. Ja, ich bin fertig. Ist das für die Spott, wenn die deine Quellen zitieren? Ja, okay. Mein Ansatz ist auch schon die Leute, die momentan, nein, zum Beispiel wie ich, Brutier, ich bin extra hochgekommen, weil ich wollte nur was sagen und so, aber die holten extra so raus, weil die Leute raus, die ein bisschen nicht so stark wissen sind, aber halt. Was, stopp, 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 stopp. Nee, 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 stopp, nee, da bin ich noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ja, tamam, dann sag ich was. Ich wollte was aufklären ganz kurz, aber dann kann man halt dieses Thema, dann wechseln wie direkt Thema, dann wechseln wie das Thema. Nein, nein, ich habe gesagt, laut dem Koran darfst du Menschen physisch abhacken, Hände abhacken, Kopf abhacken und kreuzigen. Hände abhacken. Bra, 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 guck mal. Suche Rippen, 33. Okay, weiter. Guck mal, das ist das. Der sagt nicht. Ja, les mal, les mal. Lies du mal. Du musst auch Koran haben, du musst auch Wissen. Du, guck mal, bra, versteh mal eins, Kurti, versteh mal eins. Die sagen dir etwas und du sagst, die bespotten. Guck mal, dein Argument macht keinen Sinn. Ich bin noch nicht, das ist gesündig. Du bist, du kannst doch diese Sache nehmen und sagen, okay, ich kontrolliere die. Wenn ihr lügt, dann kommt zurück und sagt, ihr sagt, Lügner, ihr seid Schwätzer, ihr seid Hetzer. Genau. So, wenn wir aber recht haben, hör hinzu, wenn wir aber recht haben, dann komm nicht und sage, ich bin unwissend, ich sag mir das nur, weil ich unwissend bin. Die Brüder sagen dir das, damit du eben hinterfragst. Verstehst du das nicht? Die meinen das gut für dich. Ja, hier steht geschrieben, hier, komm mal, er sagt, die Vergeltung für diejenigen, die gegen Gott, also gegen Allah um gesendet Krieg führen und auf die Erde umherreisen und Unheil stiften, sollen die sein, dass sie getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen die Hände und Füße, Wechselseite abgehakt werden, also Füße, Hände abgehakt werden, gekreuzigt werden oder dass sie aus dem Land verbahnt werden, das ist für sie eine Schande in diesem Jenseits und im Jenseits ist für sie eine gewaltige Pein bestimmt. Also er fordert die Muslime, diese Menschen nicht nur zu töten, Hände abhacken, Füße abhacken, kreuzigen. Schau mal, wenn ich ein Krieg bin, ich werde mit Schwert vielleicht kämpfen und mein, vielleicht mein, guck mal, vielleicht mein, mein, mein Dings töten, aber warum will er die Füße und Hände und Kopf abhacken und kreuzigen? Oh, Rahman, Rahim. Ja, aber warum Füße und Hände abhacken? Ja, so Kriegzeit, was willst du dagegen machen? Hat er sich die Leute die Hände und Kopf abgehackt? Die sind voll dumm, die sind halt keine Ahnung, die wissen gar nicht. Aha, ach so, schau, 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 was er sagt, er sagt, Isis hat keine Ahnung. Also generell, generell, was ich mache, das meine ich nur. Aber wenn Allah im Koran das sagt, dann spricht er dafür. Was ist das für Heuchelei? Ich meine, generell, Isis ist generell bescheuert. Aber Isis, ey, was hat Isis? Isis hat sechs Sklaven, das ist euer Problem, ha? Sechs Sklaven? Aber genau das hat dein Prophet gehabt. Genau. Ihr Heuchler, ihr Heuchler. Isis praktiziert den richtigen Islam. Was, äh, Koptik, Bruder, komm mal, ich frage ihn was. Was hat Isis falsch gemacht, was im Koran nicht steht? Genau, genau. Frag mir bitte. Eine unislamische Sache. Gib mir eine unislamische Sache, die er erst gemacht hat, wo du sagst, guck mal, die handeln nicht gegen Sunder und Koran. Das ist zum Anfang oder so, richtig, ne? Bruder, er hat keine Argumente. Nein, gib mir ein Argument, wo der Isis nicht muslimisch gehandelt hat. Ich will nur keine Diskussion, ich will nur was aufklären. Okay, okay, warte, Bruder, warte. Zum Beispiel, die Isis hat die Fleisch von Menschen gegessen in Syrien. Nein, ich habe die Videos auch. So, warum haben die Fleisch von Menschen gegessen? Was soll ich wissen? Ist das islamisch? Nein. Umar ibn Khattab. Und? Khaled bin Walid. Khaled bin Walid, sorry, nicht Umar ibn Khattab. Was hat Khaled bin Walid mit Leuten gemacht, die nicht muslimi waren, im Krieg getötet hat? Oder murdert? Malik ibn Umayya. Was hat er mit ihm gemacht? Was haben die gemacht? Er hat seinen Kopf abgemacht, haben die gekocht, Hand und Gessel und haben seine Frau vergewaltigt. Genau, wie ein Esel steht. Hast du einen Schadach? Was? Hast du einen Discord? Bruder, ich habe die Quelle, ich habe die Quelle. Wir haben die Quelle, hier der Kopf, die kann dir zeigen. Hast du einen Discord? Bruder, schau, du hast bis jetzt keine einzige Frage beantwortet. Ich will, aber guck mal, guck mal, es geht darum, ich wollte mich nicht verstehen, es geht darum, ich wollte kurz was aufklären und dann kommt ihr auf, ihr wollt nur versuchen, also ich weiß schon. Nein, du hast ja gesagt, ISIS ist nicht muslimisch, aber ich habe dir gesagt, ich habe sogar Menschenfleisch gegessen. Und du sagst, Umar ibn Khattab, wer war das? Oder Khalid ibn Walid, wer war das Khalid ibn Walid? Von Khalid ibn Walid im Kämpfe. Von wem? Von Mohammed, ne? Ja. Und er hat ja Menschenfleisch gegessen. Komm, nur auf den mit den Blöden. Bruder, Bruder, komm, 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 ich zeige dir. Ich stehe extra auf wegen dir. Wir zeigen dir, warte. Das ist keine Lüge. Sogar die Gelehrten sagen, Und was haben die gemacht? Die haben danach seine Frau vergewaltigt, sogar. Das mit der Frau vergewaltigt? Hä? Das mit der Frau vergewaltigt? Die haben ihn getötet, seinen Kopf gegessen und seine Frau vergewaltigt. Nein, das ist der Ding, das Ding kenne ich, das war unauthentisch. Nein, das ist nicht authentisch. Nein, welche, das mit Khalid ibn Walid, die hat eine Frau geschlagen, ne? Nein, nein. Er hat Malik ibn Umayya getötet, seinen Kopf abgemacht, gegessen mit seinen Freunden, gekocht und haben seine Frau vergewaltigt. Nein, ich bin auch frei, aber der ist auch unauthentisch. Doch, das ist authentisch. Der ist authentisch. Gib doch. Tu mir den Gefallen. Ich bin auch nur das, wenn du mir so aufgesagt bist. Jerry, bist du da? Ja. Mach mal Bruder Kopf, den Kurs einmal bitte. Danke Bruder Jerry. Du bist eh verstoppen mit deinem Herzen, Al-Kurdi, aber möge der Herr Jesus Christus dein Herz auch öffnen, wenn du die Weite jetzt liest. Der ist wieder, die Überlegung kenne ich, die ist Oran-Tentisch. Das stimmt nicht, das haben die Schiiten. Welcher Oran, das ist doch seine eigene, das kann Schiitischer sein, das ist die Sunna da. Schau, 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 Quelle, Quelle. Achbar, Malik bin Nuwaira, Ali Raibi, At-Tamimi. Ja, und das, diese Überlegung habe ich genau gesehen, das kenne ich, ich kenne das. Nein, das ist authentisch. Hier, wo ist das? Islam, das ist Islam, das ist nicht Schiha. Ich kenne die Seite, ich kenne nur die Seite. Ja, und was kannst du dazu sagen jetzt? die Seite 462. Das stimmt nicht, das ist falsch übersetzt. Nein, sollst du die Gelehrten auf dem Video zeigen? Ich will keine Diskussion führen, ich kenne die Seite schon. Sollst du die Gelehrten auf Video zeigen, was sie sagen? Ich kenne die, ich kenne das alles. Nein, die Gelehrten sagen das authentisch. Nein, es ist nicht. Antimajus wiederlegt die Seite doch. Dann zeigen wir, komm, gib uns. Ich muss es echt lange suchen. Na komm, brauchst du nicht, einfach schreiben, da kommst du raus. Ich glaube, so hieß die Seite nochmal. Wie, die Gelehrten sogar sind dafür, dass er gemacht hat. Ich kenne die Seite, das hat die Antimajus wiederlegt, das ist nicht. Nein, das ist mein, ich bin mein Jus, nicht mein Jus. Komm, komm mal, keine Frau geschlagen, das stimmt nicht. Er hat sogar seinen Kopf gegessen. Hat er nicht. Wen willst du anlügen? Ich lache, weil ich das nicht glaube. Der ist verblendet von seinen Schiffs und von seinen, soll ich dir die Gelehrten zeigen? Alham, Alham, ganz kurz. Bruder, Ich bin mein Jus, ich bin mein Jus, ich bin mein Jus. Achbar, hier, hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu, Achbar, Malik bin Nuwaira, macht ihr Screenshot, bitte. Ja, der ist unauthentisch, den habe ich gesehen, den hab ich gesehen. Du bist ein Fantasierer, du bist ein Fantasierer. Miskun, Miskun, habe ich wieder ausgesprochen. Du bist, du hast keine Ahnung. Okay, ich habe keine Ahnung, hast du doch gerade selber gesagt, du hast keine Ahnung, jetzt sagst du aber, die Quelle ist unauthentisch, was machst du das Ding fest? Muslime, die mit wissen würden, sowieso sagen, wir sind unwissend, wenn ihr sagt, die sagt, viel besser oder so. Also, der Bruder, Miskin TV, der ist seit bestimmt Jahrzehnten schon mit dem Islam dran. Gib Gott, der macht doch wahrscheinlich auch genug. Lass mich keine Ahnung vom Islam, am Talas, ist okay, aber eins weiß ich, hundertprozentig. weil das meine christlichen Brüder sind, sondern, weil sie die Großgelehrten, die Sahabas, selbst rezitieren. Willst du jetzt sagen, ein Mensch aus 2023, irgendein Abu Baraa, oder der ist es noch halbwegs authentisch. Aber willst du irgendein TikTok, lass mich aussprechen, wenn irgendein TikTok imam hier nimmst, der sagt, das ist unauthentisch, willst du sagen, der weiß weniger als ein... Verschießt wieder falsch. Diesen Al-Div kenne ich schon. Dieser Al-Div kenne ich schon. Dieser Al-Div kenne ich schon. Weißt du was? Wisst ihr was, Leute, vergiss das, okay? Sure 9, Vers 5. Wir schauen sogar den Tafsir. Ist auch unauthentisch. Gib Gott, es ist unauthentisch. Es geht um den Hadif gerade noch. Dieser Al-Div kenne ich schon. Wir schauen uns den Tafsir an. Hier der Tafsir. Ich bin übersetzt. Hey, das safe. Okay, jetzt pass auf. Nach Ablauf der vier Monate, in denen wir euch verboten haben, dann bekämpfe und töte die Götzendiener, wo immer du sie finden magst. Jetzt pass auf. Du glaubst im Krieg? Okay. Die nächste Aussage, dann bekämpfe die Muschrikin, wo auch immer du sie findest, bedeutet, bedeutet was? Lies. Auf der Erde. Im Allgemeinen. Auf der Erde. Im Allgemeinen. Mit Ausnahme Masjid al-Haram. Okay. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Aber wenn sie dich dort angreifen, im Masjid al-Haram, dann bekämpfe sie. Exekutiere einige und behalte einige als Gefangene und belagere sie und lauere oder lüge ihnen in jedem einzelnen Hinterhalt auf. Warten sie nicht, bis sie sie finden. Suchen und belagern sie sie viel mehr in ihren Gebieten und Festungen. Sammeln Informationen über sie auf den verschiedenen Straßen. Damit das, was weit gemacht wird, für sie immer kleiner erscheint. Die Religion. Auf diese Weise bleibt ihnen keine andere Wahl, als zu sterben oder den Islam anzunehmen. Warten anzunehmen. Wom. Das ist eine Religion? Ja. Schämst du dich nicht? Nein, ich schäm mich nicht. Sehr gut. Das ist purer Isis. Du wirst brennen, Habibi. Wer sind die Mushrikin? Wer sind die Mushrikin? Wer ist Mushrik? Wer sind die Mushrikin? Die Juden. Wir sind die Mushrikin, genau. Ah, Alhamdulillah. Und lauter Koran, du musst uns suchen und uns töten. Was machst du jetzt? Nö, ich such dich nicht. Nö. Dann bist du kein Muslim. Lies mal dann bitte Surah Al-Kefru. Ja, dann bist du kein Muslim. Lies mal dann bitte Surah Al-Kefru. Achso, du widerlegst einen Vers mit einem anderen. Das geht doch. Das ist Ebni Kathir. Das war ein bisschen Kriegszeiten, aber egal. Nein, nein. Das ist Eishwert. What means on the earth in general? Im Allgemeinen? Allgemein. Weil es war Spaß, man sagt, wir debattieren oder machen wir Diskussionen? Auf der Erde im Allgemeinen. Bruder, Alham, es tut mir leid, aber Bruder, du schreibst in deine Bio rein, Christen behaupten, sie haben den Koran studiert und mit einem provokanten Emoji. Bruder, ich zeige dir hier etwas. Ich sage zu dir, schämst du dich nicht? Du sagst mir nein. Nein, nein. Ich sage zu dir, das ist dein Allah. Du sagst ja. Ich sage, ich frage dich, wer sind die Muschrikin? Du willst nicht antworten. Bruder, ich weiß, wer sind die Muschrikin? Ich habe extra gelächelt, ich wollte es von euch da noch wissen. Aha, Alham, 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 bist du stolz? Bist du stolz hier auf das? Bei Kriegszeiten. Bruder, bist du stolz, wenn er sagt, Kriegszeiten. ist der Koran für ewig gehalten? Ist für immer, ist für ewig, ja. Okay, also ist der Krieg zu schand für ewig, oder was? Auch wenn es Krieg sein würde, jetzt beispielsweise ein Land, wo 100%ig Scharia herrschen würde, okay, und da jetzt ein Krieg kommen würde, dann würde man diese Kriegzeiten auch entwenden. Aber für wen wirst du kämpfen? Wenn du mich jetzt beispielsweise eingreifen würdest? Nein, nein, also die sagt nicht, was jemand kämpft. Er sagt, such die und töte die, mit Schrekin. Es waren Kriegszeiten. Nein, nein, mit Schrekin, hier geht nicht, warte, Bruder, er geht nicht um Krieg, hier geht um Schrekin. Töte die mit Schrekin. Was haben wir, was haben wir, was haben wir, was haben wir, Alleinsuche 2, Alleinsuche 2, 191, Zeige mir, welchen Krieg hier. Steht hier. Nein, schau mal, du hast genau gegen deine Koran. Oder bitte, bitte, ich bitte dich, du machst dich hier lächerlich. Alhamdulillah. Guck mal, Tauid ist glaube ich rausgeholt. Komm, hol deinen Gelehrten. Tauid, komm, komm auch. Habibi Al-Gham, Al-Gham, Habibis, schau mal, hier steht geschrieben, zum Beispiel, Al-Gemain, hier Al-Musharqin, hier steht nicht, einer der, der, der Islam bekämpft, hier steht, dass diejenigen, die den Islam nicht annehmen, tötet sie, bis die Islam annehmen. Jerry, hol mal, Tauid hoch. Ich weiß, wir reden nicht mit Unwissen. Komm, Tauid ist auch Schicht von TikTok. Wir haben doch ihn erwischt letztens, beim Lügen, mit Borach. Ich weiß, lassen doch mal, lassen doch mal gerne hochkommen. Ich wollte eigentlich nur mal, das ist auch keine Debattierung hier sein. Tauid ist keine Debattierung, die zeigen die Quellen, du sagst, nein, 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 die sagst, ja, Al-Ham, Al-Ham, eine Frage, sind wir Muschikin? Ja, seitdem. Ja, sehr stolz bist du, sehr stolz. Nein, 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 komm nicht, komm nicht mit Kriegszeit, weil, nein, das stimmt sogar, Al-Ham, Al-Ham, wenn Ibn Kathir nichts von Kriegszeit sagt, oder nichts von Krieg, wer bist du, Al-Ham, Al-Ham, wer bist du, der mir in 2023 sagt, ey, hier, da geht es um Krieg, was redest du mir? Bruder, bitte belüge dich nicht, bitte belüge dich nicht, auch wenn, warte mal kurz, ich bin, ich habe nicht fertig geredet, auch wenn es um Krieg geht, hier, Allahs Statement next, then fight the Muschikin, wherever you find them, means, das heißt, on the earth in general, im allgemeinen, auf der ganzen Welt, was hat das mit einem Krieg zu tun? Jetzt war in Kriegszeit, guck mal, allein wenn du suchst, Bruder, du bist, Bruder, es tut mir leid, du bist ein Gehel, aber du kommst mit, okay, allein, dass du suchst zwei und fährst 191 hier sogar zeigst, was hat Mohammed mit Khaybar gemacht, es war in Kriegszeit jetzt, okay, hat Khaybar Mohammed angerichtet? es reicht jetzt, du versuchst nur wieder ein Thema, Khaybar, hallo, hi Khaybar, was hat Mohammed mit Khaybar gemacht? erzähl weiter, sag du, Professor, ja, du musst mir sagen, Khaybar, du sagst die ganze Zeit so, was hat er, was hat er, was hat er gemacht? ja, was ist mit Khaybar? was mit Khaybar, was damit? was ist geschehen in Khaybar? lass mir doch einfach, ich weiß es nicht genau, der weiß ja gar nichts, und dann, was weißt du überhaupt, oder ehrlich, sogar ich weiß das, ich lerne momentan, wo ist das Problem? ich will mir ganz kurz auf eine Minute, dir ein Evangelium erzählen, bevor du dich in diese Sekte begibst, guck mal, es begibt keine Sekte, doch, doch, es ist eine Tore Sekte sogar, der Herr Jesus Christus ist gekommen für dich, damit du nicht verloren gehst, weil du bist mit Sünde behaftet, wenn du mit dieser Sünde stehst, hast du eine Rechtfertigung, keine Rechtfertigung vor Gott, das heißt, du brauchst jemanden, der für dich einzahlt, wie ein Anwalt, und dieser Anwalt ist der Herr Jesus Christus, der auf die Erde kam, für dich ans Kreuz gegangen ist und für dich diese Schuld trägt, die du nicht zahlen kannst, bevor du also in diese Tore Sekte gehst, lerne lieber den Herrn Jesus Christus kennen, der für dich nicht gesagt hat, ich verspreche dir 72 Jungfrauen, kämpfe gegen die, töte die, mach dies, mach das, der Gott braucht Geld, ja, all diese Sachen, die dämonisch sind, die werden vom Herrn Jesus Christus auch so benannt und er gibt dir die Alternative, und zwar das Licht, das Licht, das du ewiges Leben bekommst, darum machen die Brüder das überhaupt, damit du erkennst, ey, das ist ein Durchmacht, das Licht ist der Jesus Christus, danke fürs Zuhören, du bist, ne, noch früh dran, nimm doch diese Sachen an und sag Dankeschön und dann gibt man das Gegenbeispiel, und zwar den Herrn Jesus an, ob der überhaupt sowas in den Mund genommen hat, und ob da sowas in den Mund genommen hat, Habibi Koptik, kennst du die Sura, wo steht, hilft Allah und Allah wird euch helfen? Ja, meine Frage, kann man Allah helfen? Jetzt können wir jetzt, oder ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ich will mit den anderen, der gerade vorgelesen hat, ich weiß, du willst es nette sagen, kein Problem, du hast halt so gesagt, wie auf Deutsch, wie auf Arabischland Dauer, klar, aber ich wollte normalerweise keine Diskussion, normalerweise mag ich keine Diskussion, oder so, ich halte mich lieber bei Diskussionen, immer schweigen, still oder so, aber dann kam halt dieses Methan, zum Beispiel, das hat mich ein bisschen so, zum Beispiel, ich bin der Meinung, dass ich halt nicht folge, dass man halt sitzt, so nimmt, man kann, es gibt Meinungsverschiedenheiten, sitzen, so ein Misskommel, wie ich dir erzählt habe, oder so, egal, vergesst mich jetzt einfach, aber ich wollte keine Diskussion führen, aber halt jetzt kam mir wieder zwischen, zwischen Diskussionen, ich halte mich immer raus, Alham, ich verstehe dich, aber wenn du die Aussage tätigst, in deiner Bio, Christen behaupten, sie haben den Koran studiert, und wir haben dich gerade ernsthaft belehrt, Habibi, dann Bruder, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn wir dich sehen, du kommst da rein, und ich lese das, dass ich mir denke, ey, was glaubt der, verstehst du? Das waren Kriegszeiten, und das war wunderschön. Bruder, Alham, Alham, wie gesagt, du sagst zu mir, du behauptest, quasi, du sagst zu uns, wir behaupten, wir haben den Koran studiert, Bruder, anscheinend hast du keine Ahnung, du weißt nicht mal, was Haybar ist, was so Haybar ist, ist es ein Kriegszeiten, heißt, Bruder, wo steht Krieg, Bruder, jetzt will ich die Quelle, Bruder, ich komm dir mit 20, allein, allein, dass du suchst, 2, Vers 191, oder? Okay, was sagst du zu den, okay, du, in dieser Tafsir, in dieser Tafsir, in dieser Tafsir, in dieser Tafsir, in dieser Tafsir steht auch geschrieben, zum Beispiel, Mohammed sagt, Mohammed sagt, Sayyih al-Bukhari, mir würde befehlen, alle Menschen bekämpfen, bis die sagen, la ilah, Allah, Mohammed, Rasulullah, und die Sakat bezahlen. War das ein Hadith gerade? Hadith gehört zu dieser Tafsir auch, genau, was der Bruder gelesen hat. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen jetzt? Mohammed sagt, Allah sagt zu mir, ich soll gegen alle Menschen bekämpfen, bis die, und sage, la ilah, la Muhammad, Rasulullah, und den Islam annehmen, und Sakat bezahlen. Sag mal die Surah im Vers. Sahih al-Bukhari. Ja, sag mal die Nummer bitte. Bruder, komplikast du das? Sunnah.com. Überall, nicht nur Sunnah.com. Du kannst überall. Warte. Also, das gehört zu, genau so diese Surah, was der Bruder gelesen hat. Ja, ich könnte, ich kann sogar drehen, auf eine Antwort später bekommen von jemandem. Der wird es mir besser erklären. Schreib mir die bitte auf, ich würde es mir später machen. Sahih al-Muslims Hadith. Bruder, um was geht es noch mal? Sorry, ich habe die ganze Zeit geredet. Sag mal die Nummer bitte. Nein, ich habe das nicht parat, aber... Sahih al-Bukhari, für 30, Kapitel 2. 30? Sahih al-Muslim, meine ich. Sahih al-Muslim. Sahih al-Muslim? Und dann Sahih al-Bukhari. Nein, ich warte, ich sage jetzt, Sahih al-Muslim, 30, Kapitel 2. Und dann gehen wir, Sahih al-Bukhari, ne? Warte, warte, ich schreibe auf. Erstmal Sahih al-Muslim. Okay, warte, ich habe. 32, und dann Sahih al-Bukhari, 50. Nummer, und dann die Hadith 2946. 50, weiter. Die Hadith Nummer heißt, Al-Bukhari, die Hadith Nummer ist 2946. 946. Genau. Und gehst du zu den neuen? Ich kümmere mich darum, ich habe eine Person, die halt sehr viel mit Hadithen sahen. Okay, Elham. Nein, ich will, ich weiß nicht, wo dann Tafsir eben Kassir dazu zu den 9.5. Weil ich halte mir das gerade auf, ganz kurz, ich will das von jemand anderem wissen. Okay, Bruder, ich will dir dann auch was weitergeben, weil ich suche seit, seit zwei Monaten eine Antwort für das. Okay, bitte. Du kannst auch in Discord-Gruppe reinkommen, mir ist egal, jetzt, also die... nein, ich will, dass du das mal fragst, Bruder, weil ich kenne, irgendwie, ich habe das Gefühl, auf TikTok ist... Sag mal, bitte auf, ich finde vielleicht... Okay, schau, ich zeige dir das kurz, vielleicht kannst du mir das beantworten. Ist das ein Buch Radio, oder muss man... Ja, ja, Buchari, okay. Ich schreibe aus Zahlen. Weil ich schreibe immer Notizen auf, damit ich so lerne damit, so weiß ich nicht. Ist gut, ist gut, okay. Schau, auf jeden Fall, aber auf jeden Fall, Bruder, hier... Sag ich, welche Nummer? 3849, okay. 3849... Bruder, was heißt, was heißt Maimon? Affe. Genau, okay, schau jetzt. Also, ähm, ganz kurz, Bruder, tut mir leid, warte. Alles gut. Das will ich irgendwie gerade nicht übersetzen. Hä? Wie das machen wir übersetzen? Egal, schau, hier. During, kannst du Englisch, oder warte, ich hab das A hier, hier, okay. In der vorislamischen Zeit der Unwissenheit sah ich eine Affendame, die von einer Reihe von Affen umgeben war. Sie steinigten sie alle, weil sie illegalen Geschlechtsverkehr begangen hatte. Auch ich steinigte, ihn zusammen mit ihnen. Und weißt du, wer das erzählt hat? Schau, warte, ich zoome mal. Amr bin Maimon. Bruder, jetzt eine Frage. Ja, aber da kann man das normal, wenn man sich so heißt. Bruder, Bruder, eine Frage. Eine Frage, Bruder, ehrlich. Wie, wie? Erstens kann das ein Zufall sein, okay? Erstens. Die zweite Frage ist, welcher Vollidiot hat Affen verheiratet? Die dritte Frage ist, welcher Vollidiot hat, hat hier bestätigt, dass eine Affen illegalen Geschlechtsverkehr haben kann? Oder er nicht? Ich frage mich das seit zwei Monaten, ich suche eine Antwort, keiner gibt mir eine Antwort. Sahel, Bukhari, 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 Bukhari. Ich schreibe das gerade auf, gerade, ich will, ich will auch das Spiegel noch antworten. Ich habe bis jetzt noch nie gesehen, dass die Affen einfach steinigen wegen Ehrbruch, Habibi. Bruder, weißt du, der Amr bin Maimon, der Affe selbst auch, hat mitgesteinigt, Bruder. Allah. I do stand it along with them. Sadaq Allah, I do stand it along with them. Stell dir vor, so was steht in der Bibel, Bruder. Ja, Bruder, das ist, es gibt noch viel schlimmer, Mohammed hat sie in Wasser gewaschen, wo toge Hunde, Katzen, Männer, Samen drin, Co drin, ich habe es schon geklärt, ich weiß nicht, wenn ich dann vorbeigehe, kann ich sie dann irgendwann sagen. Mohammed sagt, durch den Terror bin ich siegreich geworden. Bruder. Oh, ich halte euch jetzt nicht mehr auf, okay? Alham, Alham, du wirst noch sehr, sehr viel lernen müssen, Bruder. Ich lerne sowieso, Bruder. Sehr, sehr schön. Bruder, es gibt schlimme, schlimme Fehler, auch, falls du Arabisch kannst, sehr, sehr viele Rechtschreibfehler, auch im Koran, und auch historische Fehler, zum Beispiel, Mariam, die Mutter von Isa, wurde mit Miriam, der Schwester von Mose und Aaron, verwechselt. Kein Spaß. Kann sein, wenn es Verwechseln gibt oder so. Bruder, das ist schlimm, schlimm, das ist schlimm, weil das ist ein historischer Fehler von 1600 Jahren. Tamam. Aber Bruder, ich merke, du hast keine Lust mehr, du hast keine Kraft. Nein, also ich habe ja auch die Lust, weil ich normalerweise bin ich ein Typ, ich sage mal, ich bin keine Diskussion, so ein Typ. Ja, Bruder, okay, aber dann bitte, bitte, Bruder, Alarm, ich will nicht, dass du das, also ich will dich nicht aufzwingen, aber Bruder, dann würde ich sagen, du änderst mal deine Bio, okay? Nee, ich bleibe immer noch für mich. Okay, okay, nein, 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 du bist halt, ich meine schon, was ich meine, ich wollte so gesagt, Dauer machen, du weißt, was da war, Ja, wir wollen, dass du die Wahrheit findest, das ist, genau, das kenne ich, dass ihr wollt das halt so machen, ich mache das halt mit so anderen Leuten, so, das kann ich, also, ich wollte so machen, so machen, kein Problem, aber wir zeigen dir Quellen und ich bitte, lesen wir auch die Bibel. Ich glaube, habe ich nie angefangen, oder so. Bitte, bitte lesen mal, ich meine ernst jetzt, ohne Spaß, lesen mal, fang an zu lesen und frage Gott, frag diesen Gott, der Himmel, Erde, geschaffen hat, sag Herr, was ist deine Wahrheit? Man kann ja lesen, ja, kein Problem. Ja, lesen mal. Und bete aufrichte von ganzem Herzen, ich meine ernst, sag Gott, wann ist wirklich, was ist deine Wahrheit? Bitte zeige mir. Ja, wie du meinst. Ich habe das auch gemacht und Gott hat mich geführt. Und ich bitte dich auch, les mal selber und der Herr Jesus Christus wird dich führen und du wirst erkenne wirklich die Wahrheit und die Wahrheit wird dich frei machen. Gott ist sehen. Gott ist sehen. Ja, Habibi. Und du bist immer willkommen, also wir wollen dich nicht fertig machen. Alles gut, kein Problem. Aber manche Sachen Spaß, okay, aber letztlich nicht, wir meinen vollernst, aber ich möchte wirklich, was du meinst, was du meinst, da wollen wir das kein Problem. Die Quellen kannst du selber forschen, was wir dir geben haben und weil du nicht. Die würde ich gerne anschauen. Und weil die Quellen einfach zum Beispiel, Mohammed hat gesagt, er soll gegen alle Menschen bekämpfen, bis die alle Muslime werden. Da steht geschrieben, du kannst auch fragen und das ist auch richtig. Und das haben die Isis auch gemacht. Kannst du mir nochmal die zwei nochmal? Ich habe vielleicht vermutlich über alle beide falsch geschrieben. Sagen wir nochmal die eine, was sei Muslim? Das ist Sahil Muslim erst mal gewesen. Sahil Muslim, 30 Kapitel 2 Warte, 30 Kapitel und die zweite? Die Sayy al-Bukhari die Nummer 50 und Hadid 2946. 29 Okay, jetzt habe ich richtig. Und Miskat Miskat al-Masbah, kennst du das? Wie bitte? Miskat al-Masbah. Nee, das habe ich noch nie gehört. Einfach schreibe mal M-I-S-H-K-T Miskat al-Masbah. Masah-Bih. M-A-S-A-B-I-H. Und dann Nummer 3936. 39? 36. Und dann kannst du dann zu mir kommen ein wenigstens mal und dann können wir darüber reden. Ja, ich gucke mal, sprich dann Kollegen so darüber. Kein Problem. So gut. Es ist schon spätestens 16 Uhr morgens, dann hat okay, ich habe nichts gegen euch, also kein Problem. Wir auch nicht gegen dich, Habibi. Alles gut, kein Problem. Gottes Segen, der Herr segne dich. Grüß Sie. Shalom. Ich finde noch einen schönen Abend da noch. Shalom, schönen Abend. Das ist ja morgens. Das ist ja besser, wenn ihr alle schlafen geht. Ich will auch schlafen, klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Habibi Koptik, Kifak. Habibi, Alhamdulillah und ihr? Rabbi Barakak. Nashkur Rabbi Suala Masih, Habib Al-Aziz. Amen. Einfach auf, da ist ein Kreuz. So. Okay. Ja, Leute, wie lange streamt ihr schon? Nicht lange. Ich bin auch später gekommen, vielleicht seit drei Uhr so. Aber letztendlich, es waren ein paar Leute hier, haben wir ein bisschen diskutiert, aber, naja. Das ist schön. Okay, nein, gut, Bruder. Bruder, ein bisschen, ähm, es ging, es ging. Ich bin der wahre Glaube, Fia Habibi. Ja, Bruder, ich denke mir eh, Bruder, du machst super Arbeit, wirklich. Du auch, Bruder, du auch, Bruder. Habibi Al-Bi. Ja, Bruder, wir müssen die Leute zur Wahrheit führen. So ist das. So muss das sein. Ja, also, wenn die nicht verstehen wollen, ist deren eigene Problem, aber das Problem liegt nicht bei uns, das liegt bei denen, was die nicht wollen. General. Die mussten wollen, wirklich die Wahrheit zu erkennen. Nicht einfach stolz haben und sagen, nein, das steht nicht so, das ist nicht so. Das stimmt nicht, dass es so steht und sowas. So hat auch ISIS verstanden. Hat nicht anders verstanden, der ISIS. Boko Haram, es gibt so viele islamische, Al-Qaida, alle diese seien richtig radikale muslimi, die beziehen sich auf wen, auf den Islam und als Sünder. Der ganze Koran und Sünder. Ja, Bruder, was soll man sagen, es ist, weißt du, die Leute, sie sind blind. Ich sag's dir offen und ehrlich. Bruder, wie kann man bei solchen Sachen, ich meine, Bruder, ich als Christ würde, würde hier stehen, weißt du, genau solche Sachen, weißt du, die wir gezeigt haben. Bruder, wie, wie könnte ich dann noch das Christentum annehmen, und verstehst du? Also jetzt der Vergleich, aber Bruder, die Leute, sie wollen blind sein, Bruder, merkst du das? Merkst du das missgehen? Sie wollen blind sein. Bruder, die wollen, das ist stolz. Und wir haben heute auch mit ein paar Leuten geredet, mit denen zum Beispiel. Gabriel hat Mariam, also Bunga Bunga gemacht, nicht Mariam, also Miriam, diese aus Koran. Wir kennen sie nicht, wir wissen, wie dieser Miriam ist. Aber Gabriel hat mit sie böse was gemacht. Ja, Leute, seid ihr noch wach, oder seid ihr schon im Schlaf? Und du musst Tafsir Al-Bagawi lesen, dazu, zu dieser Sure Al-Mariab 17, Bruder. Warte mal kurz, wer? Wer? Sure Al-Mariab? Nein, nein, in welchem Ufassir? Al-Bagawi, Tafsir Al-Bagawi. Ah, Al-Bagawi. Warte mal kurz, 17, also Sure Mariam, 9, Vers 17, oder wie? Genau, und dann gehst du Tafsir Al-Bagawi, les mal. 17, ganz kurz, ich muss schauen, ob, 9, 17, 9, 17. Sure Al-Mariab, ne? Ja, warte mal kurz, ich muss die Seite, 17. Ja, Berawi, warte, ich muss schauen, wo es diesen Ufassir gibt. Da gibt es einfach bei Tafsirin. Ah, Berawi, hier. Genau. Berawi, Sure Al-Mariab, ganz kurz. Okay, Sure Al-Mariab. Ganz kurz. Nein, nicht Sure, Sure 19, genau, Sure Al-Mariab, Vers 17. Ah, ganz kurz, ja? Ja. Komm, mach mal, Übersetzung, okay. Okay, was ist überhaupt? Les mal. Ganz kurz, ich will nur den Vers rausholen, ganz schnell. So, Vers 17, hier. Sie nahmen sich einen Vorhang vor Ihnen, dann sagten wir, unseren Geist zu ihr erschien, Widnis eines wohlgestaltenden Menschen, Yalahui, Karsa. Okay. Also nahmen Sie einen Schleier und, okay, also nahmen und schlug, ich ohne Sie, ja, das ist schlecht die Übersetzung, oder warte mal kurz. Ich nehme so, ich füge hier ein, und dann ist besser. Genau, so, wir machen so, tak, tak, nein, geht nicht. Egal, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich brauche, ich brauche, ich brauche, Der fröh Georgette,